Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Moin, moin und hallo, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Tag. Ach, lang ist es her. Ja, große Pause, große Osterpause. Ein bisschen was gab es ja. Ja. So ganz pausig war die Pause nicht, aber ja. Wir haben auf jeden Fall nichts aufgenommen, nichts live ins Internet geströmt. Von daher hatten wir eine Pause. Aber in dieser Pause ist ja trotzdem was passiert. Und zwar hatten wir schon in unserer letzten Sendung, also vor Ostern, angekündigt, dass das Bibelnetzwerk eine Osteraktion startet, wo man für einen guten Zweck für das Kinderhilfswerk Spiele ersteigern kann. Und das ist doch tatsächlich einiges an Geld zusammengekommen und wir haben die runde Summe von 1000 Euro, die wir jetzt an das Deutsche Kinderhilfswerk geben können. Da möchten wir uns, glaube ich, bei allen Leuten, die da gespendet haben, mitgeboten haben, mit ersteigert haben, ganz herzlich bedanken. Das ist eine tolle Sache, denke ich. Ja, war eine richtig coole Aktion und ich habe auch jeden Tag irgendwie gestaunt und geguckt, irgendwie so, boah, das geht ja richtig hier durch die Decke. Also das finde ich, wie gesagt, danke nochmal an alle, die da mitgemacht haben. Ich habe auch heute gehört, das Geld ist alles schon angekommen. Ich habe mein Spiel auch schon rausgeschickt. Ich weiß nicht, was, also die Aktion sah halt so aus, dass jeder irgendwie ein Spiel irgendwie, in Anführungszeichen, spendet oder sowas. Und ja, das läuft wohl, wickelt sich wirklich gut ab gerade. Ja, also die Leute, die gespendet haben, auf dieses Verlass, das ist auch super. Da war also auch keiner dabei, der gesagt hat, ich spende jetzt hier 500 Euro für, weiß ich nicht, Bonanza. Und dann kam nichts. Also das haben alle brav bezahlt. Das ist sehr schön. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Und ich denke, das wird es bestimmt nächstes Jahr in ähnlicher Form wiedergeben. Ja, hoffentlich. Also zu Not machen wir das. Da mache ich mir aber keine Sorgen. Nee, ich glaube auch nicht. Da gibt es so ein paar treibende Kräfte in dem Netzwerk. Gut, dann kommen wir zum nächsten kurzen Punkt, den wir noch hier auf unserer Agenda haben, bevor wir loslegen. Und zwar gab es ja auch vor Ostern zwei Spiele-Events hier bei mir in der Nähe. Einmal die Spiel-Doch-Messe in Duisburg und die Ratinger Spiele-Tage. Leider beide am selben Wochenende. Das war etwas ungünstig, aber das ist ja auch nächstes Jahr dann wieder anders. Es wird beide Messen wieder geben an unterschiedlichen Wochenenden. Ich glaube, zwei Wochen Unterschied sind, glaube ich, dabei nächstes Jahr. Sind die irgendwie, das eine koppelt sich an Ostern und das andere irgendwie der dritte Samstag im April oder wie? Oder wie? Weißt du das? Das weiß ich gar nicht, weil die muss die sich selber ausgewählt haben. Das weiß ich auch nicht. Also das war jetzt nur Zufall oder nicht irgendwie so ein ... Es war, glaube ich, schlecht organisiert in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht waren die Hallen nicht anders verfügbar oder wie auch immer. Ja, aber es wird ja auf jeden Fall nächstes Jahr nicht parallel stattfinden, was auch etwas schade war. Es hat aber, glaube ich, auch keiner Veranstaltung irgendwie einen Abbruch. Ich glaube, Ratingen hat da auch irgendwie was von einem Besucherrekord irgendwie gepostet. Und da war wohl irgendwie gut was los. Ja, ich war auf beiden jeweils einen Tag. Einmal Samstag in Ratingen mit der Family und dann nochmal Sonntag in Duisburg. Es war bei beiden sehr voll. Das Einzige, was ich, glaube ich, also Gefühl, das kann er natürlich nicht belegen, gemerkt habe, ist, dass die Verlage sich halt eher auf Duisburg spezialisiert haben. Ähm, dass die da etwas schwächer vertreten waren in Ratingen als die letzten Jahre. Das kann ich aber nicht belegen. Also es ist einfach ein Gefühl, dass die da etwas schwächer vertreten waren. Ist ja auch klar, die können ja auch nicht gut auf beiden Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und ich glaube so, ähm, Hans im Glück war gar nicht in Ratingen. Die waren sonst auch immer da mit einem kleinen Stand. Die waren halt dann nur in Duisburg. Äh, aber von den Besuchern scheint das tatsächlich keine große Auswirkung gehabt zu haben. Aber Duisburg war ganz schön dunkel, was ich auf den Bildern gesehen habe. Ähm, ja, die Halle an sich ist halt eine sehr alte Maschinenhalle. Ich weiß gar nicht, was da genau früher gemacht wurde. Aber da sieht man auch so alte Kräne drin und sowas alles. Das Ganze hat ja in Duisburg im Landschaftspark stattgefunden. Ähm, was eine alte Industrieanlage ist, die, äh, auch jetzt so einen Park quasi beinhaltet, wo man auch auf die ganzen alten, äh, Türme und alles mögliche drauf kann. Man kann da auch zum Beispiel nachts so eine Fackelwanderung machen. Also es ist eine ganz coole Ecke da. Und, äh, diesen, diesen, ähm, ja, diesen Industrie-Charme hat halt natürlich diese Halle gehabt. Das sah sehr geil aus. Äh, aber dunkel war es jetzt nicht vom Gucken. Also es waren alles, Sachen waren gut ausgebeleuchtet. Man konnte also gut sehen. Aber dieser Industrie-Charme ist schon da gewesen. Was vor allen Dingen, äh, könnt ihr euch noch an den Hansen-Glück-Stand in Essen erinnern? Die haben ja immer diese Spieltische, wo oben drüber direkt so eine Lampe ist. Ja. Und das ist ja auch immer so ein bisschen rustikal angehaucht, ne, mit diesen Holztischen und dann diese etwas, diese bräunlichen Lampen. Und das passte da in diese Umgebung einfach perfekt rein. Das, äh, als wäre es dafür gemacht, in so eine Industriehalle benutzt zu werden. Das sah sehr schön aus. Die waren auch direkt, ähm, ganz am Anfang, wenn man reinkam in die Halle, waren die direkt vorne an, also direkt drauf zugelaufen. Und das war sehr schön. Mir gut gefallen da. Äh, ansonsten, zu Spiel doch kann ich noch kurz sagen. Ich bin auch schon mit der Familie drüber gerannt. Äh, die ganzen Verlage, also die bekannten Verlage waren alle da vertreten. Es war, äh, voll. Ähm, was ganz angenehm war, ähm, war tatsächlich der Eintrittspreis mit 4 Euro war sehr angenehm. Ähm, Kinder haben gar nichts gekostet. Das war schön. Und du hast sogar noch, äh, einen Einkaufsgutschein von 2 Euro für 2 verschiedene Läden da bekommen. Sodass du, wenn du da was, eh was kaufen wolltest, effektiv 2 Euro Eintritt bezahlt hast. Und, ja, wenn das so bleibt, ist das, wäre das sehr nett. Weil es halt, äh, wirklich dann einfach preisgünstig ist. Von der Größe her, ähm, ja, würde ich sagen, ist noch viel Luft nach oben. Da ist noch, da kann noch was passieren. Äh, und da bin ich mal aufs nächste, oder auf die nächsten Jahre besser. Ich weiß nicht, sowas muss ich auch erst mal etablieren. Aber für den ersten, ersten Wurf war das schon ordentlich, was sie dahin gemacht haben. Ja, habt ihr noch Fragen, die ich jetzt so antworten könnte? Hast du brav das Marco Polo-Goodie bei Hans im Glück eingesammelt? Natürlich nicht. Boah. Die Frage ist, warum nicht? Wahrscheinlich wusste er davon wieder nichts. Alles gut. Genau, zum einen wusste ich davon nichts. Und, äh, ich renne ja eh schon nicht aufmessen irgendwelchen Promos hinterher. Ich mache das ja nur als Auftragsarbeit für andere, die mich dazu zwingen. Ja, warum habe ich dich nicht gezwungen? Matthias, ich glaube, ähm, du wirst da irgendwie anders noch drankommen. Ja, da bin ich mir sicher. Da mache ich mir keine Sorgen, das ist schon richtig. Ja, hättest du mir nur Bescheid sagen müssen, dann hätte ich dir auch was mitgebracht. Hast du mir ja auch nicht. Hast du mir Bescheid gesagt? Du solltest mir was kaufen, hast du auch nicht gemacht. Ja, äh, Hero Realms war sehr begehrt an beiden, äh, Veranstaltungen. In Ratingen und auch in, in Duisburg. Scheint wohl gut, scheint wohl gut zu laufen. Da ist mein Hero Realms. Mit allem Zip und Zap? Einmal mit allem, bitte. Okay. Aber das Kampagnen-Set ist, glaube ich, noch nicht auf Deutsch raus, oder? Nein, nein. Aber die Helden. Ja, das ist gut. Später mehr. Also nicht heute später, sondern später später. Genau. Ich hab's noch nicht gespielt. Ich muss es aber unbedingt haben. Ja, natürlich. Gut, das war, wovon ich berichten konnte. Dann gibt's aber noch was über Oberhof zu erzählen. Ja, Oberhof. Jetzt bin ich dran mit reden. Ja. Ja, das war jetzt gar nicht abgesprochen. Ich hatte's einfach nur in Ablauf reingeschrieben. Ja, ist gar kein Problem. Also, ich war die letzte Woche in Oberhof und habe noch nie so wenig Nicht-Prototypen gespielt auf so einer Veranstaltung wie dieses Jahr. Ich gefühlt waren ungefähr drei Viertel meiner Partien alles Prototypen. Das fühlte sich dadurch etwas anders an und es war tatsächlich deutlich mehr Arbeit, als mir lieb ist. Aber so ist das nun mal. Und habe dort aber, ehrlich gesagt, kann also fröhlich berichten, dass Oberhof findet ja nicht mehr in Oberhof statt. Und das fand ja irgendwie knapp 30 Jahre lang richtig in diesem Skikurort Oberhof statt, wo mit einem Treffen der Osterzeit die Leute sagen, ist ja gar kein Schnee mehr da, ich fahre jetzt nicht mehr Skifahren. Und das ist ein riesiges, leeres Hotel und da kann man dann toll solche Veranstaltungen machen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es die letzten 30 Jahre immer war, weil so lange bin ich noch nicht dabei. Aber letztes Jahr war es schon so, dass die Unzufriedenheit der meisten Teilnehmer ja doch dessen überstiegen hat, was man eigentlich hinnehmen kann für das, was man da auch dem Hotel bezahlt. Mit dem Ergebnis, dass sie gesagt haben, wir suchen uns einen neuen Ort, den haben sie gefunden. Und zwar waren wir in Rotenburg, Nähe Fulda, und zwar in dem Hotel Rodenberg. Das ist deswegen so spannend, weil diese, das ist von so einer Hotelkette Goebbels, die hat zwei Hotels in Rotenburg. Und das eine ist das Goebbels Hotel Rotenburg und das andere ist das Goebbels Hotel Rodenberg. Es hat mich ausreichend verwirrt, aber ich habe hingefunden und war sehr glücklich. Die Location war grandios. Das war ein schöner, riesengroßer Komplex, wo man sich gut verlaufen konnte, wenn man zu seinem Zimmer wollte. Das muss ich einfach erzählen, weil es wirklich witzig ist, weil das ist eigentlich, es sind zwei Gebäude, die durch so einen Übergang miteinander verbunden sind. Und du kommst zu dem Hauptgebäude rein, und dann heißt es so, naja, sie nehmen den Fahrstuhl und fahren ins zweite Untergeschoss. Im ersten Untergeschoss ist die Tiefgarage. Im zweiten Untergeschoss gehst du dann so einen Weg entlang, Treppe runter, weiter entlang, Treppe runter, nochmal, dann kommt ein Treppenhaus, da gehst du runter, dann kommst du drüben an und dann bist du im dritten Stock vom Nebengebäude. Es ist halt irgendwo am Berg. Und da musst du dann in den Fahrstuhl und runterfahren ins Erdgeschoss. Und dann dieses Gebäude bis zum anderen ablaufen und dort mit dem Fahrstuhl wieder hochfahren, damit du zu deinem Zimmer kommst. Man hat diesen Weg sich wirklich nur morgens und abends angetan. Ansonsten blieb man brav im Hauptgebäude und hat den ganzen Tag gespielt. Ich wollte gerade sagen, hast du ein GPS-Gerät mitbekommen? Matthias, das ist echt nicht so weit weg von mir zu Hause. Das ist wirklich bei dir im Ecke. Hättest du ja doch vorbeikommen können. Ja, hätte ich. Das Paket ist jetzt unterwegs. Egal. Also ich war auch ausreichend K.O., als ich da weggefahren bin. Auf jeden Fall, das ist also, wie viele sahen es, 400, 500 Leute waren dort vor Ort. Das Hotel war voll. Sie haben sich auch dafür entschuldigt, dass da noch 10 Gäste im Hotel waren, die nicht zu unserer Veranstaltung gehört haben. Nächstes Jahr wird das wohl nicht mehr möglich sein. Da wird das ganze Hotel also zugebucht sein. Es war grandios gutes Buffet. Es waren super Leute vor Ort. Ich habe ganz tolle Sachen gespielt. Das ist einfach schön. Und ich würde ja am liebsten Leuten sagen, kommt auch mal nach Oberhof. Aber die Wahrheit ist, das ist ja schwierig, da überhaupt reinzukommen. Also das ist ja mehr Lotterie glückslos. Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Ich finde das definitiv super schade. Und die Veranstalter würden ja auch gerne noch mehr Leute dazukommen lassen. Aber auch dieses Hotel, obwohl es gefühlt mehr Räumlichkeiten hat und auch mehr Betten, ist halt voll. Also man kann halt leider nicht alle reinlassen. Das ist leider so. Ich kann erzählen, dass ich total tolle, spannende Geschichten hatte. Ich hatte, glaube ich, noch nie so wenig Schlaf. Ich bin jeden Tag erst, glaube ich, um drei im Bett gewesen. Aber morgens um sieben hat natürlich mein innerer Wecker mich wieder geweckt. Entsprechend übernächtigt fühlte ich mich manchmal. Aber davon habe ich tagsüber tatsächlich wenig gemerkt, weil ich einfach schon wieder am Spielen war. Eine schöne Partie hatte ich an einem Abend, nachts um zwei, wo ich mich wirklich ins Bett begeben wollte. Und dann waren da vier nette Damen an einem Tisch, die ein Spiel hochhielten und sagten, kannst du uns das erklären? Und dann guckte ich drauf und da stand krass kariert und meinte so, jo, das kann ich. Sehr gut, setz dich zu und spiel mit. Ja, und dann habe ich es ihnen erklärt und musste noch mitspielen. Und dann, ehe man sich versieht, ist halt noch eine Stunde rum. Und dabei habe ich halt, also diese Damen waren alle sehr lieb, die sind also zum Teil schon über 20 Jahre da und die eine war auch leicht angetrunken, was ja der guten Laune aber keinen Abbruch getan hat. Ja. Nee, das war wirklich schön dort. Also ich habe tolle Spiele spielen können, ich habe tolle Spiele kennenlernen können, ich habe meine Prototypen auf den Tisch backen können, habe dort viel Feedback einsammeln können. also, ja, nächstes Jahr wieder. Ja, geht es um Arbeiten ins Hotel. Naja, egal. Es ist jedenfalls schneller erreichbar als Mallorca. Und da spiele ich wirklich nur noch Prototypen. Meinst du so viel? Naja, egal, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Vielleicht möchtest du über ein Spiel reden, was du dort vielleicht auch kennengelernt hast. Und das stimmt, das will ich. Genau, lass uns zum Spiel der Woche kommen. Ich habe dort vor Ort, wir hatten ja schon mal in dieser Sendung vorgestellt, Pioneers, was ich sehr, sehr gut finde. Und das ist ja von Queen Games. Und Queen Games scheint wirklich einen sehr, sehr guten Jahrgang irgendwie erwischt zu haben. Jedenfalls habe ich ein anderes Queen Games Spiel dort gespielt, und zwar Luxor von Rüdiger Dorn. Vom Thema her ist es eigentlich, sage ich jetzt mal so ein 0815-Ägypten-Thema. Da ist halt so eine Grabstätte, und wir gehen da rein und erforschen die, und wir versuchen, irgendwelche Gegenstände zu finden, und dann halt also am Ende in der Grabkammer anzukommen. Und wenn die voll ist, die Grabkammer, dann kriegt es halt ordentlich Punkte. Genau, und dann, jeder hat eine Kartenhand, fünf zufällige Karten auf der Hand. Die darf man in der Reihenfolge nicht verändern, sondern man darf immer nur die Karte ganz links oder ganz rechts spielen. Und die legt man einfach auf den Ablagestapel, da ist dann meistens eine Zahl drauf, so zwischen eins und fünf. Und dann darf man einen seiner Figuren, davon hat man am Anfang zwei, man kann im Laufe des Spiels noch eine dritte, vierte und fünfte einsammeln, kann man diese dann bewegen, und zwar genau um die Anzahl der Felder, nicht mehr oder weniger, sondern exakt diese Zahl. Wobei die Felder nur, da liegen so Plättchen drauf, und wenn auf einem Feld kein Plättchen mehr ist, dann wird das Feld übersprungen. Und da, wo man ankommt, da kann man dann das Feld aktivieren. Und das meiste sind dann irgendwelche Artefakte, die man versucht einzusammeln. Und da steht dann drauf, wenn du ein, zwei, drei Personen von dir selber auf diesem Plättchen jetzt zu diesem Zeitpunkt hast, dann darfst du mich einsammeln, dann kriegst du dafür Siegpunkte. Es gibt auch welche, da darf man dann spezielle Karten ziehen oder einen Schlüssel nehmen oder irgendeinen Scarabeus, irgendwelche anderen Bonussachen. Ganz, ganz viele verschiedene. Es gibt auch ein paar Plättchen, wo du gleich wieder weiter rennst. Und am Spiel, es gibt auch ein paar, wenn du das eingesammelt hast, dann kommt dafür ein neues Plättchen hin, dann ändert sich halt das, was das Feld macht. Da gibt es dann irgendwelche Tunnel, wenn sie dann mal kommen oder auch nicht. Genau. Und es, je nachdem, also wer am Ende natürlich in der Mitte ankommt, kriegt nochmal Bonuspunkte. Und diese, von diesen Artefakten gibt es drei verschiedene. Und wenn man davon ein Set hat, kriegt man Bonuspunkte. Und ein zweites Set gibt noch mehr. Und ein drittes Set gibt noch mehr. Und irgendwie war die Übersicht, glaube ich, bis sieben Sets. Aber das halte ich ja schon fast für utopisch, wenn man nicht gerade zu zweit spielt und in der einen das komplett ignoriert. Es stehen noch drei Punkte drunter. Es würde theoretisch sogar noch weitergehen. Ja. Also ich glaube, in einem Spiel hatte einer fünf Sets. Und das halte ich auch schon für ziemlich viel. Ja, das ist natürlich auch spielerzahlabhängig. Völlig spielerzahlabhängig. Und völlig davon auch, wie die Spieler spielen. Also wir hatten es so bei einem, der hat diese Artefakte komplett ignoriert. Der hat stattdessen ganz viele Skarbenen eingesammelt. Er ist nur noch knapp Zweiter geworden. Es gibt Leute, die rennen in die Mitte und versuchen damit zu gewinnen. Das muss man aber auch nicht. Das ist garantiert kein Sieg. Von den Strategien her klingt das da verschieden. Das Spannende sind tatsächlich, man spielt halt die Karte ganz links oder ganz rechts und dann zieht meine Karte nach und muss die genau in die Mitte legen. Also was immer ich ziehe, kann ich frühestens in drei Runden verwenden, vielleicht auch später. Ich muss also gucken, wie ich meine Hand agieren lasse. Es gibt Felder, wo ich mir einen Schlüssel nehmen kann oder stattdessen eine von, eine Sonderkarte. Da gibt es drei Stapel mit Sonderkarten. Die oberste ist immer offen. Und wenn ich davon irgendeine nehme, die ist dann auch so gelb hinterlegt, dann merkt man sofort, die ist stärker. Also da ist zum Beispiel eine, wo du die hinterste Figur zur zweithintersten ziehen kannst. Die kann also effektiv das halbe Spielfeld auf einmal bewegen. Da gibt es eine, die lässt dich alle deine Figuren um ein Feld bewegen. Wenn du da geschlossene Gruppen vorwärts bewegst, kannst du ganz viele Schätze einsammeln. Da gibt es welche, die dir erlauben, Freiheiten zu haben. Sowas wie, du kannst dich entscheiden zwischen eins bis fünf Feldern, wie viel du dich bewegst. All solche Sachen. Das ist natürlich total spannend, besonders wenn davon relativ viele ins Spiel kommen und dadurch die Planung für alle ein bisschen witziger wird. Das finde ich einen ganz, ganz tollen Mechanismus, weil am Anfang, also gerade wenn man das viert spielt, ist dieser Nachziehstapel sehr schnell durch und der wächst dann so im Spielverlauf, wird dieser Nachziehstapel halt immer dicker durch diese gelben, ich nenne sie mal Sonderkarten oder verbesserten Karten und das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie cool und dass dann da alle profitieren können und das ist quasi ein Community-Deck-Bauer. Spannend erzählt, also ich meine, so viel Deckbau würde ich es nicht mal nennen, aber ja, ich weiß, was du meinst. Das Deck ist ja für alle da. Genau, mein Deck, dein Deck, Decks ist für uns alle da, ja. Moment, ich muss mir was vorbereiten. Nee, lass es. Auf jeden Fall, das finde ich auch tatsächlich den spannenden Teil so. Ich sehe da, ich habe jetzt die Möglichkeit, eine Karte einzusammeln, was liegt da, das ist ja cool, wie kann ich das nutzen und vor allem, es ist ja so, dass es nicht nur für mich zu nutzen ist, sondern weil es halt in den allgemeinen Deck kommt, kann es sein, dass irgendjemand anders mal auf die Hand kriegt, aber ich habe den First Pick, diese Karte zu nutzen und sie möglichst sinnvoll zu nutzen. Vor allem, weil ich weiß, was ich nachziehe, ansonsten ziehe ich halt von einem verdeckten Deck und hoffe, dass ich irgendwas ziehe, was ich gebrauchen kann und dann hoffe ich, dass es vielleicht auch manchmal so eine Plus-Minus-Eins ist. Es gibt eine Karte, auf der Plus-Minus-Eins steht, mit der kann man sich auch mal ein Feld rückwärts bewegen, weil ansonsten kommt man immer nur vorwärts und das macht das tatsächlich alles sehr, sehr spannend und das ist das Element, wo ich mir einfach gewünscht hätte, da könnte man vielleicht noch mehr mit machen, weil manchmal fühlt sich die Laufleiste dann doch wiederum zu kurz an oder die Schritte von 1 bis 5 sind dann irgendwie gefühlt zu lang und gerade diese roten Vorsprungfelder, wenn dann eine 3 und eine 4 liegt, dann ist das Spiel gefühlt sehr, sehr, sehr kurz. Das ist so das, was ich mir wünsche. Also es macht mir Spaß, aber manchmal denke ich mir so, wenn es noch 2, 3 Runden länger gehen würde, das finde ich cool. Ja, aber es ist ja ein Rennspiel, also wir haben es jetzt, ich habe es jetzt einmal zu dritt gespielt und zu viert gespielt und tatsächlich ist das Spielgefühl zu dritt, also von zu dritt zum Viererspiel schon mal deutlich anders, tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich zu einem Zweierspiel entwickelt, das habe ich jetzt noch nie ausprobiert, aber im Viererspiel, da muss man sich schon echt lang machen, dass man überhaupt irgendwelche Schätze einsammelt. Also das ist schon krass und dann sieht man, wie einer vorrennt, den will man da hinterher und also das ist schon, das ist schon echt krasser, krasser Wettkampf, der ein bisschen, naja, Hörnschmelz jetzt, naja, man muss schon ein bisschen nachdenken, aber es ist zu viert natürlich auch sehr viel unplanbarer, weil bis man wieder dran ist, so, es ist, Wobei, dafür sind die Züge ja verdammt kurz. Ja, ja. Also weil du spielst eine Karte, machst das und der Nächste ist dran und es dauert ja keine Minute, bis du wieder dran bist und diese Züge, was meine Gegner vielleicht machen können, kann ich halbwegs versuchen zu erahnen. Wenn ich sehe, jemand bewegt eine zweite Figur auf diesen einen Schatz, der drei Figuren braucht, gehe ich davon aus, dass er den dritten auch noch da drauf bewegt. Ja, ja, das ist dann so eine Wette, ich habe das so ein bisschen als so eine Wette bezeichnet auf so einem Schatzfeld Ja, genau. Man steckt so seine Fahne auf, so in Anführungsstrichen, seine Fahne auf dieses Feld und sagt so, ich möchte das jetzt haben und sehe zu, dass er das nicht macht oder, ja, und dann muss man. Aber das finde ich auch total spannend, weil du kannst natürlich sagen, hier, ich gehe mal davor, ich sehe, der hat da schon einen drauf, der will wahrscheinlich einen zweiten drauf bewegen, ich gehe da auch mal drauf, damit er einen Zug verwendet, das Ding wegzumachen und nicht auf das andere Feld geht, womit ich vielleicht liebäugle. Ja, Bluff-Spiel auch, ne? Genau, also das finde ich alles sehr, sehr gelungen und das Ganze finde ich aber auch auf Familienniveau, weil die Regeln sind total super easy mit, du spielst eine Karte, du ziehst, bewegst deine Figur, meine ich, und dann ziehst du nach und legst es in die Mitte und das war's, der Nächste ist dran. Und auch die Wertung am Ende ist total easy peasy, oh, auf welchen Feldern stehen wir, habe ich noch dieses Plättchen, habe ich noch Schlüssel und das war's. Es gibt auch noch eine schöne, also ich habe das Spiel jetzt ja schon halt zweimal erklärt, da ist halt diese Wertungsübersicht, ist halt große Tafel dabei, also ich sagte so, hey, darum geht's, dafür gibt's am Ende Punkte, so dass man am Ende, das ist ganz nett, das stelle ich dann immer so irgendwie so oder lege ich auf den Tisch noch mit, dann kann man immer noch mal gucken, wofür es am Ende Punkte gibt, das ist sehr übersichtlich und ganz gut gelöst, finde ich. Also dafür, dass man die eigentlich gar nicht braucht, finde ich ja auch tatsächlich sehr angenehm, dass sie so schön groß ist, da gebe ich dir recht. Nö, brauchen tut man die nicht, aber sie hilft. Ja. Ja, nee, schick, also wie gesagt, Luxor fand ich ganz, ganz toll, das vom Rüdiger Dorn bei Queen Games Illustrator war, lass mich nicht lügen, vergessen. War das der Dennis? Boah, mein Gott, einmal mit Profis. Aber du hast recht, es ist Dennis Lohhausen. Ja, also vom Stil her dachte ich mir doch, das muss doch der Dennis sein. Übrigens, Luxor nicht verwechselt mit dem Spiel Luxor von Ravensburger aus dem Jahre 2001. René, hast du denn da schon was davon gehört oder gesehen? Ich hab's nur von den Bipeleuten gehört, dass da eigentlich alle von, schwärmen ist jetzt, wäre jetzt zu viel gesagt, aber alle davon sehr positiv angetan sind. Und das scheint ja dann schon ein guter Griff von Queen zu sein. Bist du denn neugierig? Würdest du das dann auch spielen oder sagst du auch? Ich würde das auch mitspielen. Also es klingt erstmal interessant, es klingt halt jetzt mittlerweile, ist das halt eins der Spiele, die ich halt jetzt hier mit Kind auch spielen kann. Das stimmt. Und von daher werden aktuell diese Spiele auch für mich interessanter halt, die dann so diesen Familiencharakter haben. Ein bisschen anspruchsvoller als, weiß ich nicht, Mensch, ärgere dich nicht. Aber jetzt halt keine Gehirnverzwirbler. Von daher sind die aktuell auch gar nicht mehr so uninteressant für mich. Was mich natürlich jetzt total neugierig machen würde, ich würde natürlich schon gerne, es gibt vier kleine Mini-Erweiterungen für Luxor, da würde mich mal interessieren, wie sich die spielen. Was? Mini-Erweiterungen? Naja, klar, hallo, Queen Games, die machen natürlich sowas, da gibt's Schwarm der Skarabeen und irgendwelche Geheimmissionen und eine extra Schatzkammer und da wäre ich neugierig. Und wo gibt's die? Aber da gibt's wahrscheinlich auch wieder die normal, die großen Erweiterungen bestimmt geben, wo wieder so eine riesen Schachtel ist mit drei Plättchen zum Vollpreis. Ja, das kann sein, dass es die auch noch geben wird. Also ich kann nur sagen, für Luxor hatte Queen ja auch einen Kickstarter gemacht, weil sie das natürlich irgendwie in den USA verkaufen und da hatten sie zumindest vier verschiedene mit drin. Die hatte man dazu gekriegt und noch ein Special irgendwie kleines Spiel auch von Rüdiger Dorn mit Luxor-Thematik, aber komplett eigenständig. Aber Queen scheint jetzt, ich fand nach letzten Jahren etwas, war es etwas dünn und die nehmen aber entscheidend wieder Fahrt auf. Kann das sein? Vielleicht haben sie gerade auch Glücksgriffe und man gibt ihnen gerade die richtigen Spiele. Das ist immer sehr schwer zu sagen, das ist ja wie ein Pendel, aber aktuell ist es definitiv starke Jahrgänge. Also Pioneers ist gut, Luxor ist gut. Sie haben auch noch dieses Kinderspiel, das Kobold, das liegt ja auch mittlerweile hier. Das wird jetzt demnächst an René noch rübergehen. Das wollte ich noch spielen wollen. Ach, das haben wir in Duisburg gespielt. Das hat auch so einen ganz aufwendigen Aufbau, oder aufwendig nicht, aber so einen cleveren, lustigen Aufbau mit Taschenlampe. Ich kann ja direkt mal so einen Ersteindruck sagen, also uns hat es nicht gefallen. Ach so. Ist es gar nicht arm. Nee, jetzt nicht mehr. Es war, es sah nett aus, aber naja, aber es muss auch nicht immer alles treffen, sage ich. Nee, nein. Aber Luxor ist definitiv, wie gesagt, gut. Gut. Dann, ähm, noch die Eckdaten, noch einmal runterbeten. Noch einmal runterbeten, Queen Games, Rüdiger Dorn, Dennis Lohausen. 2008. Äh, Luxor. 2018, genau. Redaktion. Äh, wenn ich mich nicht täusche, Frank Thüben? Ja, wahrscheinlich, ja. Der macht ja dort die gesamte Redaktion. Aber, also du kannst mir jetzt auch noch fragen, wie die Pressedame heißt und wie der, äh, Beauftragte für Twitter heißt, das kann ich da auch noch rausholen. Den hatten wir schon im Interview, brauchen wir nicht. Schuhgröße, das Lieferant von Amazon. Ja. Nein, gut, ähm, jetzt noch mal kurz zur, äh, Info, wir hatten uns jetzt ja drauf geeinigt, oder wir hatten beschlossen, die Spielvorstellung jetzt etwas zu ändern, so dass wir noch ein Spiel vorstellen, da der Arne ja eben so schön da ins Spiel reingeglitten ist hat, konnten wir es am Anfang nicht sagen, also wir machen nur noch ein Spiel, äh, in unseren großen Folgen, um ein bisschen mehr Luft fürs Hauptthema zu haben und auch um das eine Spiel gegebenenfalls ein bisschen mehr, wie wir es jetzt auch getan haben, untereinander zu besprechen und anzudiskutieren. Genau. Und wer mehr, mehr Spielebesprechung hören will, wir haben dafür dann etwas mehr auf dem Tisch folgen. Genau. Und, ähm, was wir auch noch nicht geschafft haben, da der Arne direkt ins Spiel reingeglitten ist oder die Matthias hat reingleiten lassen, worum geht es diese Woche überhaupt, was machen wir überhaupt für ein Thema? Ähm, und zwar haben wir uns wieder entschlossen, wir haben noch einiges an Fragen, lassen daher die Frage der Woche ausfallen und beantworten heute mal ein ganzes Rudel an Fragen, die wir so bekommen haben. Ich habe gerade reingeschrieben in unser, für die, für die Kapitel Mager Hauptthema, ganz viele Fragen der Woche. Genau, Fragen der Woche, der Wochen. Also, man sollte vielleicht dazu sagen, also, wir hatten ja so eine schöne Umfrage gemacht, die der Arne inzwischen ja ausgewertet hat. Ähm, und in dem Zusammenhang haben wir halt nach ganz, ganz vielen Fragen auch wieder gestellt und davon werden wir jetzt ein Batch beantworten. Ja. Gut, dann leg mal los, Arne, die erste Frage direkt. Kommen wir direkt mal zur Gretchenfrage. Zur Gretchenfrage? Was? Wir hatten eigentlich auch noch was per E-Mail, wollen wir das nicht vorziehen? Matthias hat das jetzt rausgesucht? Nein. Ich hab das ganz ans Ende gepackt. Lass uns das ruhig ans Ende packen. Lass uns ruhig oben an. Ja, ich weiß ja nicht, wie weit wir kommen heute. Ich hab einfach mal reingegriffen in den großen Fragentopf. Ja, dann können wir ja irgendwann dann zu den letzten Fragen springen. Okay, der Spieleleiter hat gefragt, äh, Spieleaufbewahrung, fangen wir mal mit einer schnellen Frage an. Spieleaufbewahrung, senkrecht oder waagerecht? Waagerecht. Waagerecht. Senkrecht? Ach, Matthias, geht doch weg. Ey, ihr seid ja, nee, für Loser. Geh doch weg. Was heißt ihr Loser? Also, weißt du, da geben sich Verlagemühe, da geben sich Verlagemühe, ihre Spiele cool ausschauen zu lassen. Alea hat ganz, ganz viele Liebesposts dafür bekommen, dass ihre Spiele- Schachteln ausschauen wie Bücher. Nein, wirklich, also, es gibt viele Leute, das, also, du kennst ja ganz viele, die versuchen, wirklich ein Design zu finden, was wirklich auch nur rüberkommt, wenn du es aufrecht ins Regal stellst. Und dann wollt ihr es legen. Was seid ihr denn für Pappel? Matthias, Matthias, du bekommst jetzt die nächsten Tage ein Spiel von Alea. Viel Spaß, wenn du senkrecht hinstellst. Nur mal so. Aber dann muss ich mich auch mal umgucken. Ich sehe jetzt hier meine Spiele-Schachteln, also, die kann ich alle lesen, wenn sie waagerecht im Regal liegen. Ja, das ist ja auch. Genau, und die oberen zerdrücken das unterste. Ganz toller Plan. Ja, und wenn du eins rausnimmst, geht eine Schachtel auf und der ganze Kram fällt raus. Und das Spiel von Alea, das ich jetzt bekomme, das ist extra so designt, dass es aufrecht stehen kann. Da ist auch die Zahl an der Seite. Ich denke, da fallen in Teile durcheinander. Nein. Ich hatte gelesen, dass man das waagerecht halten sollte. Ja, nein. Mach ich aber nicht. Nur weil aus Prinzip machst du das nicht. Das sollte eigentlich eine schnelle Frage sein. Ich kann gestehen, ich habe auch ein paar Spiele waagerecht bei mir stehen, so die kleinen Amigo-Kartenspiele in so einem kleinen Regal, weil das einfach schneller geht. Aber das ist wirklich eher die Ausnahme. Die stehen bei mir tatsächlich sein. Du hast auch keine Ahnung. Die sind in der Schublade, da habe ich so ein Band drum und dann stehen die da jetzt linkrecht in der Schublade. War das nicht mal diese Aufbewahrung gesenkrecht oder waagerecht? War mal so eine Idee für so eine Bretter versus Wisser-Folge, bevor wir das Format geändert haben? Okay, nächste Frage. Nächste Frage. Warum muss ich die eigentlich jetzt da vorlesen? Ich habe ja sonst nichts zu tun. Dann lass dir doch René vorlesen, wenn du vorlesen. Nee, ich habe noch eine. Ich will die Reihenfolge bestimmen hier. Marie F. Ich habe das jetzt aus den anderen der E-Mails genommen. Sterben Kennerspiele aus? So. Sollen wir jetzt schnell Ja sagen? Naja, habt ihr nicht das? Also wir werden da, ich weiß nicht, wann ist diese Nominierten-Rate-Sendung? Machen wir die in zwei Wochen oder in vier Wochen? Wahrscheinlich in zwei Wochen sogar schon. Ich glaube schon in zwei Wochen, weil in vier Wochen könnte es schon zu spät sein. Ja, und da wird es mit den Kennerspielen interessant, sage ich mal. Ich meine, wir haben einen starken Bereich im Familienspielbereich und wir haben viele Spiele, die nach oben raus in diesen mittlerweile Expertenspielbereich genannt wird. also der Expertenspielbereich genannt wird und dass die nach oben hinweg ausreißen, will ich nicht sagen, aber Also die Frage finde ich merkwürdig, weil das ist so, als würde man fragen, sterben Kinderspiele aus, nur weil es gute und schlechte Jahrgänge gibt. Das ist einfach so, dass das wie den Pendel und das Wort Pendel dieser Sendung noch einmal unterzubringen, hin und her schwingen und es gibt halt Jahrgänge. Ich meine, wir hatten vor ein paar Jahren hatten wir das Gefühl, was kann man denn überhaupt im Roten nominieren, während der Graue auseinanderplatzte und dann war letztes Jahr schon so, dass man überlegt hat, boah, Kenner und so und dieses Jahr ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber warte einfach noch ein oder zwei Jahre und auf einmal sprudelt es wieder nur so vor Kennerspielen und die Familienspiele fühlen sich irgendwie schwach an und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht die Jury eigentlich sehr geschickt, die ja diesen Begriff Kennerspiel überhaupt erst reingebracht hatte 2011, dass sie einfach da nicht genau sagt, das ist ein Kennerspiel und das nicht, sondern dass sie da diese Freiheit nimmt zu sagen, wir können das auch entsprechend variieren und dann ist in dem einen Jahr halt ein Broom-Service schon Kenner und im anderen Jahr ist halt ein Wettlauf nach Eldorado schon kein Kenner mehr und obwohl das beides Spiele sind, die man in jeder der beiden Kategorien hätte unterbringen können, aber aufgrund der Menge an Spielen und der Top 6, die sie sich am Ende ausgesucht haben, die Linie halt so gezogen wurde, vermute ich. Ich meine, wieder kurz gesagt, viele Vermutungen, ich bin nicht in der Jury, ich kann das nur interpretieren von außen. René, hast du da auch eine Meinung? Nee, also, ich weiß doch nicht, nein, ich weiß nicht, also, aussterben finde ich halt eine sehr harte Bezeichnung, wie der Matthias schon sagt, es gibt gute oder starke Jahrgänge in einem bürgerwiesem Bereich und weniger starke, aber aussterben, also die korrekte Antwort von dir, René, müsste lauten, Kennerspieler, das ist doch alles Familienkram. Nee, hast doch gehört, dass er jetzt Familienspieler wird. Ja, ja, genau, er spielt jetzt seinen Conan auch mit seiner Tochter. Noch nicht, ist auf Englisch, es wird noch schwierig. Ach so, okay. Aber das Gloomhaven kannst du ja mit deiner Tochter dann spielen. Ist auch auf Englisch. Ich hab das Englische. Ja, ich kauf's mir aber nicht nochmal. Aber die Erweiterung kaufst du dir gleich. Ja, aber auf Englisch. Ja, aber die setzt ja gleich direkt im Anschluss an die Hauptkampagne ein, also wenn du alle 97 Szenarien durch hast, plus die Promoszenarien und die Soloszenarien, dann kannst du ja gleich die Erweiterung spielen. Genau, und zwischendurch, wenn mir langweilig ist, spiele ich noch ein bisschen Sevens Continent und, also ihr habt Probleme? Ja. Sollen wir nochmal eine Frage? Mach mal. Was muss denn ein Berliner machen, um mit dem Matthias mal einen Spieleramt zu haben? Hat er Zeit Eos gefragt. Ich vermute dasselbe, was ein Göttinger machen will, wenn er mal mit Arne spielen will oder was ein Ruhrpottler machen will, wenn er mal mit René spielen will. Einfach mal anfragen. Bin ich aus dem Ruhrpott? Oh, Matthias, hast du jetzt aber hier Naja, aber du bist da aus der Nähe. Uh, ja, okay. Du Pole? Also, für meine Hörer, wir wissen natürlich alle, dass der Arne mehr Ahnung hat von Geografie, das hatten wir vor ein paar Sendungen ja festgestellt und dass die Geografie-Kenntnisse von Matthias aufhören, dass er sagt, dass der Ruhrpott von Aachen bis Bielefeld und von Münster bis Köln geht und in diesem Konglomerat von Gegend, das ist ja alles ein Nahverkehrsbereich, da ist, da wohnt auch der Das ist überhaupt nicht, es sind 80 Tritzeljahre Nahverkehrsbereiche hier. Du hast in Essen noch nie ein Bahnticket gekauft für die Messe, oder? Nee. Ja, siehst du? Okay. Du magst das mal. Der feine Herr Redakteur fährt immer mit dem Taxi zur Messe. Nee. Beim Hubschrauber. Ja, ja, was. Der Taxi kommt doch gar nicht durch den Verkehr. Nee, also, um die Frage noch mal so zu beantworten, wenn ihr wirklich Bock habt, mal hier mit mir zu spielen, mit mir und meiner Frau und vielleicht noch ein paar von unseren Freunden, meldet euch einfach, schickt mir eine E-Mail a-matthias-at-bretter-wisser.de und sagt mal, was ihr spielen wollt, worauf ihr Lust habt, wann ihr Zeit habt, da lässt sich bestimmt was einrichten. Und wenn ihr Pech habt, zwinge ich euch dazu, eins von meinen Prototypen auf den Tisch zu packen. Spielt bitte nicht mit den Gästen Code 777. Danke. Und wenn ihr wollt, lernt ihr auch Linie 1 kennen. Der ist bestimmt immer so, du hast bestimmt so ein Standardprogramm so von wegen, oh, da kommt wieder jemand Neues. Okay, Schatz, hol die, hol die, hol die, Öffne Schranktür 1. Los geht's. Also Billerbaum muss jetzt niemand mehr zeigen. Da gibt's eine Neuauflage von Franyos. Kann ich an der Stelle allen empfehlen. Code 777 kann man jetzt ja auch zu fünft spielen. Also das könnte schon sein, dass ihr das vielleicht mal kennenlernen möchtet. Transamerika müsste auch mal ganz viele kennenlernen. Ich hab da so eine Top 100, da könnte ich mal alle Leute durchziehen. Nein, aber ganz ehrlich, das war ja nur was, was ich mal ergeben hatte mit Arne. Und mit anderen Leuten spiel ich andere Sachen, mit Leuten, die ich vielleicht auch gern habe oder so. So, dann hat uns noch eine Frage erreicht, wann spielt Arne endlich Mombasa? Kraupi, wir schaffen das irgendwann noch. Warum? Warum? Also, wenn ihr in der Nähe von Göttingen seid und sagt, hey, ich hab auch mal Bock mit Arne zu spielen, meldet sich einfach bei ihm, der Arne freut sich, bringt ruhig einen Tisch mit, seiner ist ein bisschen klein. Aber wenn ihr Mombasa könnt, dann könnt ihr es ihm gerne erklären und dann spielt das mit euch. Ja, ich hab doch einen Mitspieler, der möchte mit mir immer Mombasa spielen. Aber irgendwie hat es sich noch nicht, ich hab immer irgendwie keine Lust drauf. Ach, Mensch. Außerdem hat er neulich, hat er neulich, ich kann mal kurz aus dem Monikästchen plaudern, schöne Grüße an René, also nicht René hier, sondern René später und den Sebastian, der ja auch schon mal hier zur Sendung war. die haben Istanbul schneller gespielt, als wir Mercado gespielt haben. Istanbul geht schnell, das ist ja ein super kurzes Spiel, das soll ja nur halbe Stunde. Ja, der Endstand war irgendwie 5 zu 2 zu 1 zu 1. Ja, genau das meine ich. Da hat jemand das Brett besser lesen können. Ja. Es gibt einen Grund, warum man Istanbul nur noch mit Erweiterungen spielt. Das war, ach, weiß ich nicht, ob es eine Erweiterung war. Jetzt hab ich das Bedürfnis, euch was in den Chat zu schreiben, und das mach ich noch nach der Sendung. Ich schreib mir mal was auf, was ich euch erzählen will. Hier steht Waagerecht. In den Chat. Achso. Gut, machen wir eine weitere Frage vom Seppl. Von welchem Spiel sollte es eine Legacy-Version geben? Monopoly fände ich tatsächlich spannend. Ach, Arne! Hättest du auch gleich Knüffel sagen können. Oh nein! Warum denn nicht? Ich meine, hallo, das erste Legacy-Spiel war ein Risiko? Ja, aber ganz ehrlich, ja, also nein, ich verstehe das ja, und ich wäre noch nicht mal abgeneigt, das dann mal kennenzulernen, aber das ist doch nicht wirklich das, was du als Legacy spielen willst. Überleg dir mal, was du sonst gerne spielst. Nenn mir mal so zwei, drei Spiele, wenn du jetzt links, rechts in dein Regal guckst, die du gerne spielst. Und Dominion. Dominion. Dominion Legacy, würdest du das spielen wollen? Ja, wahrscheinlich. Ja, siehst du, das ist doch schon eine bessere Antwort als Monopoly. Naja, ich finde halt immer, ich finde, wie gesagt, das erste war ja das Risiko, da würde auch, ich hätte, würde heutzutage wahrscheinlich auch jeder sagen, Gottes Willen, kommst du denn auf die Idee? Nein, natürlich nicht, weil Risiko auch ohne alles ein gutes Spiel ist. Weil Risiko ohne alles auch ein Spiel ist. Naja, es hat ja niemand Monopoly nach den echten Regeln gespielt. Doch, natürlich. Das ist auch tatsächlich dann ein Spiel, aber nimm mal noch nichts, was ich spielen will. Gut, aber ja, also ganz ehrlich, Dominion Legacy fände ich total cool und da kann ich mir auch richtig vorstellen, was man da alles machen kann. Ja, Karten bekleben, Karten zerreißen, ja. An dieser Stelle kurze Info, du erinnerst dich ja an das von den, von Korax Games. Vikings Gone Wild. Nein, das, das, das Kneipenspiel. Ja, ja, ich habe davon gehört. Half-Pent Heroes. Half-Pent Heroes. Genau, das hatten die in, in Portugal hatten die das ja dabei in einer Aufklebeversion. Also das wurde dadurch ja auch ein bisschen Legacy-mäßiger, weil du die Karten beklebt hast während des Stiches. Und das, die Leute hatten da Spaß. Also von da aus gesehen, ich halte da tatsächlich bei Dominion einiges für möglich. Da musste ich nur Rio Grande irgendwie zu durchringen. Ich würde erstmal eine Dark Age haben. Das ist natürlich auch, das ist natürlich auch viel, viel Arbeit. Eine Legacy-Version ist immer viel, viel Arbeit. Okay, René, sag du mal, welches Spiel du gerne als Legacy hättest. Unabhängig davon aus, dass es wahrscheinlich sehr sicher viel Arbeit macht. Gloomhaven. Robin, so ein Crusoe-Feldmärk, sehe ich gerade hier im Regal? Boah, geil, hätte ich sofort Bock drauf. Sofort. Würde ich gerne machen. Und, was ich dann auch noch sehe, was bestimmt auch gut passen würde, wäre, entweder die Science-Fiction oder die Fantasy-Variante, Imperial Assault vs. Descent. Boah, wäre ich auch sofort dabei. Hier in unserem Live-Chat steht auch gerade, hat jemand, der Olli, der Spielevater, Catan Legacy mal reingeworfen. Wäre ich sofort dabei. Also, ich hätte jetzt gesagt, mein erster Gedanke wäre gewesen, Agricola Legacy. Hm. Ja, aber sowas gibt es ja schon. Nee. So ähnliche Sachen. Nee. Charterstone. No, der Vergleich, der hinkt schon ein bisschen, weil Charterstone nichts von dem hat, was Agricola ausmacht. Angefangen bei den Tausenden von Karten. Agricola, Tausende von Karten, was? Bei Charterstone sind aber sehr viele Karten dabei. Ja, nee, das ist aber, der Vergleich hinkt doch trotzdem, Leute. Ähm, also, ja, also, ich meine, das sind also, also, Robinson Crusoe finde ich wirklich cool, dadurch, dass es auch ein kooperatives Spiel ist. Ich meine, Robinson Crusoe hat ja eine Box, wo du wirklich eine Geschichte erzählst über fünf, sechs Szenarien hinweg und da soll jetzt eine zweite Box kommen, wo du wieder so mehrere Szenarien hintereinander hast und das Ganze mit Legacy dann zu kombinieren, halte ich überhaupt nicht für das Problem. Ja. Colt Express wurde auch noch angemahnt, angemahnt, erwähnt. Könnte ich mir vorstellen. Da wäre es natürlich total spannend, weil du dann halt also auch zum Beispiel eine Reihe von Überfällen machen kannst. Neue Waggons. Neue Waggons, genau. Neue Waffen, neue Charaktere. Ah, Small World Legacy. Okay, also ihr seht, da gibt es ganz, ganz viele. Ja. Ja. Neue Frage. Fabelsaft Legacy. Hä? Carcassonne Legacy. Carcassonne Legacy. Carcassonne Legacy stelle ich mir noch witzig vor. Das stelle ich mir auch machbar vor. Aber ja. Hast du auch quasi schon. Du spielst erst das Grundspiel, machst dann die erste Erweiterung auf, die zweite Erweiterung auf, die dritte Erweiterung auf. Verbrenne ich noch ein paar Karten, ein Plättchen. Nächste Frage. Nächste Frage. Gibt es Momente, wo ihr eigentlich keine Lust habt und trotzdem spielen müsst? Hat der Roland gefragt. Wenn ich keine Lust habe auf Spielen, dann gibt es eine ganz einfache Lösung. Du spielst nicht. Ich spiel nicht. Also müssen nur, tue ich auch nicht. Sieht bei Matthias anders aus. Ja. Ich überlege gerade, wie das ausschaut, wenn man keine Lust hat auf Spielen. Naja. Es beinhaltet manchmal einen anstrengenden Arbeitstag. Ja, aber dann ist doch Spielen tatsächlich mal so die Erholung. Nee. Nicht immer. Ich muss ja auch zugestehen, ich hatte auch manchmal so einen Abend, wo ich dachte so, boah, heute nicht mehr. Lass mich einfach nur noch irgendeinen Film gucken. Das ist tatsächlich aber seltener der Fall. Matthias, heute noch spielen? Äh, eigentlich schon, ja. Aber ich vermute, das wird nichts mehr nach der Aufnahme. Aber ja, an sich gerne, natürlich. Logisch. Immer geht auch nicht immer. Aber ich meine, der Punkt ist natürlich, wie die Frage formuliert ist und trotzdem spielen müsst. Es gibt schon Situationen, wo ich sage, boah, also auf diese Art Spiele hätte ich jetzt keine Lust. Ich hatte da, glaube ich, noch was aus der Frage, aus der Frage, da noch was weggelegt. Ich muss mal gucken. Ich glaube, die war noch ein Stückchen länger, die Frage. Ich hatte die ein bisschen eingekürzt. Weil, also ich meine, manchmal ist es ja so, dass es heißt so, und jetzt noch schnell ein Mombasa. Und dann denke ich mir so, ja, nee, vielleicht nicht. Vielleicht lieber ein Codenames oder ein Sag's mir, also Times Up oder was Vergleichbares. Also manchmal möchte man ja wirklich etwas, was den Kopf nicht in derselben Form anstrengt. Und sei es nur zwei Runden Lucky Lachs und danach sagt man sich auch so, jetzt vielleicht was anderes, weil ich bin jetzt außer Atem. Als jemand mal meinen Bonanza gefunden hat, ich nehme es gerne wieder. Ja. Ich gucke gerade, ob diese E-Mail da war. Ach, ich finde es echt. Ist egal. Nächste Frage. Ach Gott, ja, Hilfe. Mann. Gut. Der Rainer hat uns gefragt, warum machen Spiele Verlage anders als im Buchbereich so selten konkrete Angaben zur Auflagenhöhe? Ja, René. Deine Antwort. Weil ist so. Könnte nicht beantworten, aber dann würden die Verlage mir böse sein. Deswegen werde ich mich dazu geschlossen halten. Okay. Ja, dann Arne. Was kannst du dazu sagen? Ja, weil sie ja keine Lust drauf haben. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass die Leute unterschätzen, wie viele Angaben die Verlage tatsächlich machen. Der Punkt ist, dass sie diese Angaben meist in einer anderen Form haben. Also, äh, konkretes Beispiel. Meistens machen die Verlage Buchbereiche diese Angaben, nur weil sie damit werben. Ey, schon Millionen verkauft Exemplare. Das machen Spieleverlage auch. Denn Katan wurde auch beworben mit hier schon zwei Millionen, schon drei Millionen, schon vier Millionen. Bei die Exit-Reihe war, glaube ich, auch. Bei Exit-Reihe, genau, haben sie auch gesagt, hier schon 750.000 verkaufte Stück. Äh, bei, bei, ähm, Hanabi wurde damals auch bekannt gegeben, hey, hier fast eine Million verkauft und so. Das sind, das sind Angaben, die machen die Verlage schon. Dass sie das nicht bei jedem Spiel machen, liegt einfach daran, dass es sich oft, also, aha, okay, schon wieder 2000 Stück verkauft. Aha, 3000. Aber du könntest doch theoretisch hingehen und sagen, okay, äh, in der Spielregel ist, äh, wie, ähm, äh, im Buchbereich, äh, ein Abschnitt, wo drin steht, hier erste Auflage und dann steht da vielleicht noch drin, 1000 Stück. Und, ähm. Also, bei den Büchern steht drin, erste, zweite, dritte Auflage und noch der Jahr. Aber wie hoch diese Auflage steht bei Büchern normalerweise nicht drin. Nein, steht nicht drin, aber könnten. Bei Spielen steht oft auch sowas drin, erste Auflage, zweite Auflage, Anleitung Version 1.3 oder so. Das ist tatsächlich schon gegeben. Ja, aber, was heißt denn Version, äh, Anleitung Version 1.3? Ja, okay, das ist ein bisschen ungenau, das stimmt schon. Ähm. Das sagt mir gar nichts. Das könnte jetzt, in der ersten Auflage könnte trotzdem eine Regelversion 1.3 stehen, weil sie sich öfters mal geändert haben. Äh, hm. Ähm, also dazu kann ich sagen, dass sehr wohl die Verlage gerne halt angeben, wenn sie hohe Zahlen verkauft haben oder wenn sie sagen, hey, wir sind hier schon in der zehnten Auflage oder sowas. Das machen die Verlage gerne. Ansonsten, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Angaben und zwar, ähm, so wie, äh, Zuschauerzahlen vom Kino gemessen werden und so wie Verkaufszahlen von Büchern gemessen werden, werden auch Verkaufszahlen von Spielen gemessen und zwar im Handel. Der Handel gibt, äh, da gibt's so, 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 ähm, ähm, äh, Umsatzzahlen und so, da gibt's so, so Firmen, die das Ganze messen, die fragen den gesamten Handel mal ab und die, äh, erfahren dann genau, okay, das Spiel wurde so und so oft verkauft und dann, wenn ihr dann irgendwelche Charts seht, irgendwelche Verkaufsdinger und dann seht ihr, ähm, okay, Monopoly hat sich mal wieder sonst wie oft verkauft, dann sind da auch konkrete Angaben, wie oft sich das verkauft hat. Das sind nur keine Zahlen, die an die große, breite Öffentlichkeit geschmissen werden, sondern das sind halt, äh, irgendwelche Branchenzahlen, die halt, äh, intern, äh, irgendwie, äh, jetzt sag ich mal, unter den gesamten Verlagen und den Händlern und so weiter, äh, äh, rumgehen. Also, weil die brauchen das, die finden das spannend, aber der normale Mensch interessiert sich ja 90 Prozent der Fälle nicht dafür. Also von daher, es gibt nicht selten konkrete Angaben, sondern es gibt sie schon, sie sind halt nur nichts, was man öffentlich in dem Sinne rausposaunt, weil das interessiert ja dann doch wieder die meisten nicht. Und ganz ehrlich, bei den 80.000 Büchern, die letztes Jahr, oder 100.000 Bücher, die letztes Jahr erschienen sind, bei 99.000, davon weißt du auch nicht, welche Auflagen die Höhe die hatten. Aber sag mal, möchte ich direkt noch eine Frage anschließen. Und zwar, warum tun sich die Verlage so schwer mit konkreten Release-Daten? Oh, das, das, äh, da verweise ich mal auf so eine Folge, wie wir hatten, mit dem lieben Frank Jäger von Ludofakt. Das ist einfach scheiße schwer zu wissen, wann es denn Sassi aus der Druckerei kommt. Ähm, das ist einfach so, du, du, du weißt, es kommt, also du, du, du bestellst das bei der Druckerei, egal jetzt bei welcher. Die haben verschiedene Bestellungen. Die haben ja eine Woche, da kommen ganz viele Bestellungen rein und welche, da kommen ganz wenige rein. Und dann haben sie natürlich auch immer so, wann kommen denn die Daten dazu? Und wann kommen denn die, die, die Approvals für die ganzen anderen Daten? Und dann haben die meisten sagen so, okay, wenn das alles gut klappt, dann produzieren wir das in der Woche. Und wenn irgendwas schief geht, dann müssen sie das, also müssen sie neuen Drucktermin finden. Und das kann dann die Woche drauf sein, das kann auch zwei Wochen später sein, das kann auch vier Wochen später sein. Und wenn du jetzt einen Release-Termin, einen exakten angegeben hast, und du verpasst das um eine Woche, dann sind die Leute ja sauer. Das kann man vielleicht im CD-Business machen, wo man sagt, so das Ganze ist gemastert und jetzt müssen wir das eigentlich nur noch schnell drucken und rausgeben und dann geben wir einen Termin an. Oder wir wissen, dass das Ding geht eh einfach nur, sag ich jetzt mal, digital raus. Das kannst du auch im Buchbereich, wo das Drucken des Buches wirklich so eine Übernachtaktion ist. Das kannst du nicht im Spielbereich, wo die Produktion des Spiels alleine sechs bis acht Wochen dauern kann, wo zum Teil der Einfuhr, wenn das aus China kommt, dann auch noch mal sechs Wochen auf einem Boot verbringen kann und dann hängt es im Zoll fest. Du kannst das einfach nicht selber bestimmen. Irgendwann ist das Spiel da und dann sagst du so, alles klar. Und jetzt soll es auch raus, weil du willst es nicht auch noch einen Termin irgendwann in die Zukunft nennen und das so lange auf Lager halten und Lagerkosten produzieren. Dann soll es einfach raus. Hilft das? René, hat dich das jetzt befriedigt? Ich glaube nicht. Nein. Deprimiert. Deine Frage war, warum tun sich die Verlage so schwer? Und die Antwort ist, sie tun sich so schwer, weil sie es nicht besser können. Das halte ich immer für, das geht halt nicht anders. Das ist keine Antwort. Also es gibt, naja, sagen wir so, wenn sie es schaffen, dann targeten sie ja eine der großen Messen, also sowas wie zum Beispiel Essen und dann ist es auch zu essen meistens da. Und dann hat der oft genug auch selber gesehen, dass es schief gelaufen ist wegen Zoll, wegen kaputter Druckdaten, wegen irgendwelchen anderen Sachen. Und genau das ist es halt. Man kann es, man läuft halt immer diese Problematik rein. Er ist glaube ich immer noch nicht zufrieden. Ja, ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Nein, das ist ja auch okay. Es ist halt so, aber ich denke schon, dass man da, dass es auch anders geht grundsätzlich. Naja, du müsstest halt einfach wahrscheinlich wieder mehr Geld in die Hand nehmen. Dann musst du es halt produzieren, dann legst du es dir auf Lager und dann kannst du sagen, hey, jetzt bringen wir es raus. Dann hast du aber halt wieder so groß. Naja, aber das Problem ist dann, dass die Branche wahrscheinlich dann einfach nicht groß genug ist. Naja, aber eine konkretere Zahl als 2018. Ja, das ist aber schon so, dass die meisten das konkreter machen. Du weißt ganz genau, dass 90 Prozent der Verlage sagen, übrigens Ende März. Und dann ist es tatsächlich merkwürdigerweise Ende März da. Aber ob das jetzt der 12. oder der 15. oder der 20. oder der 23. März, das ist doch auch gar nicht entscheidend, oder? Nein, das ist richtig. Und von da aus gesehen, finde ich, sind die Verlage schon relativ gut zu sagen, es kommt im ersten Quartal, es kommt im zweiten Quartal, es kommt zu Essen, es kommt zur Gen Con, etc. Und dann heißt es, das Spiel kommt im September und kommt im April doch? Ja, ja, ja. Ich merke das ja selber wieder und so. Aber ich meine, zum Beispiel bei Amigo weißt du, 90 Prozent der Spiele kommen entweder im Januar oder im September. Bei Cosmos ist es genauso. Da kommt auch ganz viel im Februar, März oder im September. Bei Ravensburg ist es auch Standard. Da kommen die Dinge Anfang Januar oder irgendwie Ende September. Das ist, also das gibt so ein paar Daten, wo einige Verlage automatisch wissen, genau zu dem Datum liefern wir. Und dann tun sie sich höchstens um eine Woche oder sowas. Aber an sich, das kriegen sie hin. Und die ganzen kleineren Verlage, die haben ehrlich gesagt andere Sachen am Hut, als dass sie das auch noch hinkriegen. Targetest du irgendwelche Termine oder ist es denn da, wenn da? Also jetzt mal auf Frosted Games kurz. Klar, Adventskalender ist nochmal was anderes, aber du hast, ich habe gehört, du bringst auch noch andere Spiele raus. Hast du da irgendwie ein Target? Also sicher hast du ein Target, aber einen genauen Termin gibst du jetzt nicht raus. Hallo? Hallo, Matthias? Die redet nicht mehr mit mir jetzt. Das ist böse Wort Frosted Games genannt. Das ist böse Frosted Games, das fällt da gleich raus. Okay. Ich habe schon... Wenn wir da jetzt bedrängt haben, dann lass uns mal einfach zu der nächsten Frage gehen, bis er wieder dazukommt, oder? Hier ist mal, wenn du im Podcast Frosted Games nennen, stirbt irgendwo ein kleiner Redakteur. Not found. Ah, ist in Berlin wohl das Internet weg. Ja, ist auch bei Slack nicht online. Ja. Ja, wir lassen uns mal weitermachen. Wir haben jetzt die Chance. Wir haben jetzt die Chance. Wir machen jetzt einfach weiter ohne Matthias. So hart willst du heute mal machen. Findet ihr, dass in der Spieleszene zu oft nur über Positives berichtet wird und meint ihr, ein Podcast über schlechte Spiele würde gehört werden? Hat der Fake geschrieben. Ähm, ich sage zum Thema Positiv, sage ich, ähm, wir können ja nicht alles spielen. Deswegen findet also bei mir schon mal eine gewisse Vorauswahl statt, was ich halt spielen möchte. Wenn ich jetzt von den tausend Spielen alle, keine Ahnung, 900 spielen würde, würde ich auch sicherlich viele schlechte Spiele spielen. Aber ich treffe ja schon eine interne, also für mich eine Vorauswahl, was mich halt interessiert. Und das ist dann meistens schon so wie so, könnte positiv sein, könnte gut sein, möchte ich spielen. Und deswegen ist es doch meistens positiv, über was man berichtet. Oder, René? Wie siehst du das? Ähm, wenn ich jetzt bedenke, ein Podcast über schlechte Spiele, hätte ich gar keinen Bock drauf, den zu machen, glaube ich. Hört ihr mich jetzt? Ja, ja. Ja, super. Ja, ganz ehrlich, ich rede mir ein Dusselig und dann schredet ihr mir rein, als würdet ihr mir nicht hören wollen. Ja, ich rede über Frosted Games und Matthias fällt raus aus der Leitung. Ja, super, ey, wirklich. Habt ihr mich doch rausgekickt. Das ist es doch. Wir haben einfach weitergemacht heute. Matthias, würdest du dir einen Podcast über schlechte Spiele anhören? Boah! Also, würdest du einen machen? Die Frage ist, ob zu positiv die ganze Zeit berichtet wird. Ja, wie gesagt, und ich hatte gesagt, ich hätte gar keinen Bock dazu, einen Podcast zu machen, wo es nur um schlechte Spiele geht. Ja, die müsste man ja denn auch spielen. Ja, davon mal abgesehen. Das passiert ja auch. Man spielt ja auch Spiele, wo man sagt, mein Gott, was ist das denn für ein Rotz? Aber darüber noch dauernd zu berichten und nur zu erzählen, wie schlecht das war und wie schlecht, ich glaube, nach so einer Folge wären wir so deprimiert hier. Nee. Wir sollten mal eine Sendung über schlechte Spiele machen. Es gibt einen Podcast, der sich nur mit schlechten Spielen beschäftigt. Flip the Table oder welche? Genau. Die haben sich halt hingesetzt und haben gesagt, hey, wir machen jetzt mal, wir spielen nur schlechte Spiele und so. Ich sag mal so. Die hatten da einen gewissen Spaß. Ich sag mal so, ich sag mal, so fünf bis sechs Wochen, dann können wir uns vielleicht noch mal drüber unterhalten über ein schlechtes Spiel. Na ja, aber ich finde, ich glaube, Fans hat Zeitverschwendung, glaube ich, nur über die negativen Sachen zu reden. Naja, so ein Verriss kann ja schon Spaß machen. Das erste Mal. Ja. Ich glaube, ihr seht das von der falschen Stelle, weil wenn man das richtig aufzieht, dann finde ich, dann kann das total spannend sein. Du darfst halt nicht einfach sagen, hier, das Spiel war scheiße, weil dieses hier nicht sonstig ist, sondern du musst sagen, was können wir daraus lernen, wie man es besser macht? Und dann, glaube ich, dann wäre das total spannend, auch sich sowas mal anzuhören. Und das muss dann nicht in die Masse gehen, sondern nimmst du dir, weiß ich nicht, einmal im Monat eine Sendung, da suchst du irgendein Spiel raus, was eigentlich mal jetzt so eine Einer-Zweier-Wertung verdient hätte und dann redest du darüber so, was ist genau schlecht? Was sind diese Probleme? Was hätte man besser machen können, sollen, müssen? Und wie kann man daraus jetzt im nächsten Schritt vielleicht, wenn das Spiel irgendwann mal neu aufgelegt wird oder weil es irgendjemand von der Mechanik aufgreifen will, besser machen? Ja, aber ehrlich gesagt, ich fühle mich jetzt nicht in der Position und möchte mich auch gar nicht in die Position stellen, zu sagen, was hätte man besser machen können? Ähm, ich glaube, mit der Aussage verlierst du aber nur. Ähm, nö. Also ich, mir gehen die Leute eher gesagt auf den Sack, die sagen, das hätte man aber besser machen können. Ja, wenn du einfach nur sagst, man hätte es besser machen können, dann ist das die eine Sache. Aber man muss halt sagen, was man besser machen kann. Das ist doch der wichtige Punkt. Ja, aber ist das dann auch besser? Weil du redest ja nur drüber und sagst, ja, das hätte man besser machen können. An der Stelle hätte man das und das machen sollen oder die Farbe wählen oder den Mechanismus einsetzen können oder mehr oder weniger Karten. Aber ob das nachher funktioniert, weißt du ja gar nicht. Nee, das weiß ich natürlich nicht. Das müsste man dann also implementieren und testen. Das ist richtig. Und ich kann mir das so in einer lockeren Stammtisch-Atmosphäre, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man sagt hier, oder man hat gerade ein Spiel gespielt und diskutiert darüber, was vielleicht hätte besser sein können. Aber da jetzt ein Podcast oder weiß ich nicht, ein Blog oder ein Video drüber zu machen und dann sich als der große Fachmann hinzusetzen und zu sagen, ja, hier, aber da hätte man darauf kommen können, Herr Feld. Ja, also da, glaube ich, liegt es eher daran, wie man es präsentiert. Wenn man natürlich hochnäsig sich da hinstellt und sagt, so hätte man es besser machen müssen, das ist natürlich dann für den Arsch. Aber wenn du das wirklich sagst, wir wollen mal gucken, was wir daraus lernen, wie man es besser macht, an folgendem Beispiel. Also ich glaube, das ist wirklich eine Frage der Präsentation und das kann man sehr wohl hinkriegen. Die Frage ist natürlich immer, was dann als schlechtes Spiel gilt. Wenn du natürlich ein Spiel nimmst, das eine BGG-Wertung hat von 8,4 und das du einfach nur Scheiße findest und wo du genau erklären willst, wie man das besser machen kann, dann kann es natürlich sein, dass du als der Loser am Ende dastehst. Aber es gibt genug Spiele, die im Allgemeinen anerkannt nicht wirklich gut sind, wo man denke ich, sehr wohl Beispiele machen kann, wie man es hätte anders machen können. Ah, da würdest du sowas machen wollen? Nee, mir wäre einfach die Zeit zu schade, schlechte Spiele zu spielen. Würdest du dir das auch so anhören? Ja, wahrscheinlich schon. Also, wenn jetzt draußen jemand die Idee hat, einen Podcast über schlechte Spiele zu machen, kommt auf die, wie man es wirklich macht, wie man es wirklich dreht. Es müsste interessant sein, das ist klar. Aber ich bin ja immer Konzeptfreund. Also, wenn jemand ein stimmiges Konzept hat, soll er irgendwie mal loslegen und versuchen, was geht. Also, sich einfach vor das Mikro setzen und sagen, hey, ich habe heute das gespielt, ich habe heute das gespielt, ich habe heute das gespielt. Das finde ich mittlerweile ein bisschen zu wenig. Ja, das verstehe. Also, solche Podcasts höre ich mir tatsächlich auch nicht mehr an. Würdest du denn bevorzugen, dass das eher an die lustige Schiene reingeht, nach dem Motto, wir machen jetzt hier einen lustigen Verriss über, weiß ich nicht, Bravo-Traube? Und lach uns dabei an. Wer traut sich das denn? Oder lieber so den Ansatz, den Matthias will, konstruktiv Fehler zu identifizieren und Alternativen vorzuschlagen. Nee, ich glaube, wenn dann eher den lustigen, das Konstruktive, weiß ich nicht, was soll denn dabei raus, kein Autor wird sich da irgendwie das sich anhören und denken so, ach ja, das hätte ich immer wohl da mal besser machen sollen. Ich meine, Dinge sind immer, wie sie sind, weil sie irgendwie so gemacht wurden. Ich denke, auch irgendwer hat das ja entschieden. Genau. Man muss immer daran denken, man muss immer daran denken, es gab wahrscheinlich ein Meeting und dann ist jemand aufgestattet und gesagt, so machen wir das. Und dann gibt es einen Film über irgendwelche Haie in einem Jahr. Nee, aber weißt du, es ist doch unfassbar, manchmal heißt es so, das muss jetzt raus, weil wir ja irgendwas auf der Messe präsentieren müssen und da weiß der Verlag selber, im Nachhinein hätten wir das mal nicht gemacht. Ja, aber dann bringen sie doch nicht drei Monate später die bessere Version raus. Das passiert doch auch nicht. Nee, das passiert nicht. Das ist für den Verlag ist das ein verbranntes Spiel. Aber nichtsdestotrotz kann man das einfach mal nutzen und zu sagen, wie könnte man es besser machen? Ich glaube wirklich, das hat tatsächlich einen interessanten Charakter. Ich würde mir das anhören. Dann machen wir mal einen Podcast-Bretter versus Wisser. Also ein, zwei Leute sollten einen Podcast produzieren und dann... Matthias, ich hatte dich, wenn du jetzt gleich wieder rausfällst, dann wisst du mal, woran es liegt. Ich hatte dich vorhin noch mal gefragt zum Thema Targeten, Ziele Targeten. Machst du denn irgendwie, hast du denn irgendwie Targets für deine Frosted-Game-Sachen? Wie ich versucht habe zu erklären, bevor ihr mich rausgeworfen habt. Ich habe Bravo Trauer eingespielt. Ja, ja, genau. Und schon war ich draußen. Keine Frage. Nee, das ist... Ich versuche das zwar schon zum Teil. Also ich sage mir, ich möchte das zu der Veranstaltung oder in dem Bereich oder in dem Monat, einfach damit ich das irgendwie so verteile. Aber ich habe in den meisten Fällen habe ich kein Problem mit, wenn es dann früher oder später rauskommt. Also ich habe jetzt konkret ein Spiel, was ich natürlich genau weiß, das möchte ich zu essen haben. Und ich habe auch ein Spiel, wo ich konkret sage, das will ich zur BerlinCon rausbringen. Aber ich habe auch einige Spiele, wo ich sage, ich möchte das gerne vorher oder nachher, dazwischen oder danach. Und dann denke ich mir so, naja, dann schiebe ich es im Notfall nach hinten, weil es ja auch kein Problem ist. Da wollen wir jetzt auch nicht zu lange. Ja. Drauf rum. Gut, uns hat eine Frage per E-Mail erreicht. Eine Person hat den Podcast 110 gehört und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Irgendwer hat über Jass geredet. Jass. Jass? Genau. Dessen Regeln nicht bekannt sein. Matthias, kennst du die Regeln von Jass nicht? Ich kenne die Regeln von Jass nicht. Ich weiß, dass es die gibt, dass das national spielt in der Schweiz. Ich habe doch, lass mich doch erst mal die Frage zu Ende lesen. Es ist eines der bekanntesten, in Klammern, wenn nicht sogar das bekannteste, Kartenspiel in der Schweiz. Es gibt sogar eine TV-Sendung, wo das einen Abend gespielt wird und einmal die Woche ausgestrahlt wird. Also dazu müsste ich jetzt den Zusammenhang bringen. Ich glaube nämlich, dass der Hörer das falsch verstanden hat. Hörerin. Die Hörerin? Mhm. Stand da nicht Patrick? Patrizia. Patrizia. Entschuldigung. Nee, Patrick Garcia. Oh, entschuldigung. Also, der Patrick hat das, glaube ich, nicht falsch verstanden. Es ging nämlich in dem Moment, wo ich über Jass geredet habe, ging es um Ursuppe. Und da hatte ich dann nämlich diese Anekdote gebracht, dass eine Schweizer Magazin Ursuppe versucht hatte zu spielen, an der vierseitigen Anleitung gescheitert ist und sich dann entschieden hat, na, wenn wir das schon nicht verstehen, dann spielen wir lieber wieder Jass. Und wo ich dann sagte so, ja, da wäre ich eher von überfordert, um mal zu sagen, dass das jetzt nicht wirklich ein Grund ist, dass man das irgendwie so verallgemeinern kann. Das ist halt eine Kulturgeschichte. Natürlich kenne ich Jass im Sinne von, ich weiß, dass es dieses große, bekannte Spiel ist, aber ich habe es selber noch nie gespielt. Ich könnte dir nicht sagen, wie die Regeln sind. Und was ich noch sagen kann, ist, ich habe ein Cosmic Idex hier liegen, was wohl darauf basiert, dessen Regeln ich auch nicht verstehe. Jass. Wir sollten noch mal Jass spielen in sechs Wochen. Vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir mal kurz sagen, was es mit diesen sechs Wochen auf sich hat. Das ist ja auch kein Geheimnis. Das wäre nicht verkehrt, ansonsten ist das wieder so ein Insider, wo die Hörer uns so nicht wollen. Das war auch kein Geheimnis. Also das Beeple-Netzwerk veranstaltet einfach so ein internes Treffen mal. Da ja irgendwie, da, ja, wir treffen uns einfach alle, alle im Herzen Deutschland, also irgendwo im, im hessischen. Und, äh, dort treffen wir uns alle mal zum Spielen. Und, der Spieleleiter, äh, hat halt einen Bravo-Trauber aufgetrieben. Ich weiß gar nicht, ob das in seinem Besitz war oder sowas. Und das werden wir dort spielen, auf jeden Fall. Und, äh, René wird seinen Battlestar Galactica mitbringen. Vielleicht klappt das ja auch. Genau. Dann müssen wir noch Tichu spielen. Und auf Achse. Und Schafkopf. Auf Achse kann ich mitbringen. Kein Thema. Also, an der Stelle, ähm, dass, dass wir das alles schaffen, sehe ich nicht. Ja, das sehe ich auch. Weil wir haben ja noch ein paar andere Spiele, die wir spielen wollen. das Bravo-Traube werde ich nicht drum rumkommen. Ich vermute, bei auf Achse wird es wohl wegbleiben. Beim Battlestar Galactica habe ich auch eine Einladung von, ähm, einem sehr, sehr lieben Pärchen aus Essen bekommen. Wobei die leben jetzt, glaube ich, nicht mehr in Essen, sondern in Mülheim. Ähm, das werde ich definitiv gucken, dass ich das dieses Jahr auch noch, ähm, in Angriff nehme. Nee, das will er ohne ins Spiel. Will er ohne ins Spiel. Ähm, ich merke schon. Nee, aber ich, wenn's cool ist, dann spiele ich das gerne auch mehrmals. Aber, ähm, ich wollte nur sagen, dass, äh, ich das total schön finde, dass Leute, äh, dass es Leuten wichtig ist, dass ich ein Spiel kennenlerne, oder dass wir ein Spiel kennenlernen, was wir nicht kennen, ähm, total positiv. Und, ähm, ich bin dafür immer alles offen, Sachen kennenzulernen. Nein, das ist, das ist jetzt, was ist mit diesen ominösen sechs Wochen. Also, es ist so, an Pfingsten findet das statt. Äh, ich werde da sicherlich auch nochmal das ein oder andere Video machen. Vielleicht gibt's da auch noch einen Podcast oder irgendwas. Wir wissen nicht, ob wir da irgendwas produzieren. Das steht noch in den Sternen, aber, also ein Video wird auf jeden Fall rausfallen. Das kann ich schon versprechen. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, äh, René, hier ist einer. Ähm, ich müsste einfach mal bei dir nochmal vorbeikommen. Und dann müssten wir eine Runde Memoir 44 spielen. Einfach, damit ich das auch mal gespielt habe. Und mich nicht weiter rausreden kann, dass ich mich des Themas wegen nicht traue. Machen wir. Alles klar. Gut. Der Patrick hat aber noch eine Frage gestellt. Soll ich die auch gleich mal vorlesen? Ähm, das kannst du mal. Die ist tatsächlich spannend, ja. Könnt ihr mal sagen, warum diese Spiel des Jahresaufkleber immer auf die Front des Deckels aufgedrückt sind und das schöne Design versauen? Man könnte doch auf der, auf das Verpackungsplastik drucken. Auf der Front ist ja nicht mal mehr sichtbar im Regal. Als Beispiel Time Stories oder Wettlauf nach Eldorado. Mich stört das sehr und ich verstehe nicht, warum das voll aufgedruckt wird. Bitte, Matthias, schießen Sie los. Gibt's nur Fragen, die ich beantworten muss? Das könnt ihr doch auch beantworten. Nein, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich kann nur zustimmen. Seiner Meinung. Ja. Okay. Also das Beispiel Time Stories finde ich da sehr richtig. Aha, Arne? Wenn's im Regal waagerecht liegt, seh ich's ja sowieso nicht. Senkrecht. Wenn's senkrecht steht, siehst du's auch nicht. Doch, weil's denn außer Seite. Naja. Nein. Also das ist eine ganz, also grundsätzlich, hier steht immer von wegen, warum muss, das muss nicht. Dass die Verlage sind überhaupt nicht dazu gezwungen, diesen Pöppel, sei es für den Gewinn oder die Nominierung oder auch nur eine Empfehlung, draufzudrucken. Das ist völlig freiwillig. Und es ist sogar so, dass die Verlage für das Aufdrucken dieses Pöppels Geld bezahlen. Und sie werden sich hüten, das dann nur auf das Plastik draußen aufzukleben, was übrigens produktionstechnisch deutlich teurer ist, als es auf die Schachtel mit draufzudrucken, weil sie einfach natürlich das auch als Werbemittel brauchen. Sie bezahlen dafür, dass sie das Ding draufdrucken können, weil das Werbung ist, weil sie sagen können, hier, wir sind so gut, wir sind nominiert oder wir haben gewonnen. Damit will man sich doch stolz brüsten. Und dann kann's natürlich sein, dass natürlich die Spieler wie ihr und wir sagen, oh, das sieht aber hässlich aus. Wobei ich sagen muss, bei Timestories, finde ich, sieht das gar nicht so hässlich aus. Von da aus gesehen, dann holt man sich doch irgendwo eine Erstauflage ohne den Pöppel und dann ist gut. Also das ist echt nicht das Ding. Also das finde ich ehrlich gesagt, da freue ich mich eher für einen Verlag, dass er das macht, dass er das auch nutzt, dass er diese Werbewirkung hat und vielleicht neue Spieler dann mit reinbringt und sagt, oh, da ist ein Pöppel drauf, ich gucke mir das Spiel mal an. Ähm, weil die Nichtspieler, ähm, naja. Also von da aus gesehen, äh, ja. Gut. Was ich mich gerade eher frage, oder was ich mich öfters mal gefragt habe, wo wir gerade von Covern sprechen, ähm, mich würde mal interessieren, ob es diese, die Cover, ähm, eigentlich auch so irgendwie geben könnte. oder ob, ob Verlage daran Interesse hätten, die Cover als, weiß ich nicht, Print? Print zur Verfügung zu stellen, die man sich so in seinem Spielezimmer an die Wand dübeln kann. Weil es gibt viele Cover, die sehen verdammt gut aus, wo dann sagen sie so, oh, das kann ich mir auch hier gut, äh, an der Wand vorstellen oder was auch immer, ähm, dass, dass es sowas noch nicht gibt. Das wundert mich, oder ob da kein Bedarf dran besteht, ob ich der einst alleine so bekloppt bin. Ähm, also wenn ich sehe, dass, ähm, BGG inzwischen zwei Serien von diesen tollen Covern, Dingern gemacht hat, die natürlich im Eigendesign sind, wenn das gut produziert ist, dann kann man das machen. Der Punkt ist, und da reden wir jetzt mal von der deutschen Zielgruppe, ähm, die Leute sind kauffaul. Du musst, damit du das in einer anständigen Qualität produzierst, äh, musst du da schon mal locker, ähm, dafür dann auch irgendwie 30, 40, 50 Euro verlangen. Sagen wir mal andersrum, ähm, mir wäre ja schon damit getan, wenn der Verlag sagen würde, hier, ähm, für einen Fünfer kannst du dir die digitale Version des Ganzen runterladen, dann gehst du gefälligst zu deiner eigenen Druckerei und lässt dir das bei, weiß ich nicht, druck mir auf groß.de, äh, das Ding ausdrucken. Picanova kann ich da empfehlen. Ich wollte jetzt keine Werbung für irgendwas machen, aber, ähm, das fände ich auch eine, eine sehr gute Sache. Oh, dann kaufe ich mir halt das Digital-Format und wenn ich es möchte und die, die, äh, Qualität der Vorlage ausreichend ist, drucke ich es mir halt wirklich auf Postergröße aus, weil ich das Cover so toll finde, oder mach mir, äh, ein kleines Foto für, für Sport Money oder so. Ich könnte mir vorstellen, das Problem ist an der Stelle, dass ein paar von der Verlagen Angst haben, dass da mit ihrem Cover und eine Chintluder getrieben wird. Ja, da reden wir jetzt wieder davon, dass jetzt auch gerade, äh, Raubkopien von Spielen natürlich ohne Ende irgendwie ein Problem sind in der Branche, ähm, und das Cover alleine kann da tatsächlich auch schon wieder ein Problem sein. Also, Gibt es Raubkopien vom Brettspiel? Ja. Aha. Gini hat wieder geschlafen und wir reden jetzt nicht nur von so einfachen Brettspielen wie Codenames, ähm, wo selbst da man sagt, oh mein Gott, ist das eine schlechte Raubkopie, sondern sogar ein komplettes Pandemic Legacy Season 1 ist Raubkopiert. Ja. Respekt. Genau. Also von da aus gesehen, ähm, ich finde die Idee aber nicht schlecht, ähm, ich glaube, da könnte man tatsächlich was machen, aber dann ist es auch wieder so, dass den Verlagen fehlt natürlich irgendwie, ähm, die, die Zeit und die Muße, sich da irgendwie hinzusetzen, das irgendwo anzubieten, ähm, ja, hier der Feuerland hat ja mal Evershirt gemacht mit den T-Shirts, ähm, und das, das lief ja auch nicht schlecht, aber das war dann irgendwann auch die Mühe nicht mehr wert. Also von da aus gesehen, ähm, und so viele Poster kann man sich dann auch nicht an die Wand hängen und dann kauft man sich vielleicht auch nur ein oder zwei im Jahr und dann nützt es dir auch nichts, wenn du 300 im Angebot hast. Ähm, ja, also, ich verstehe diesen Wunsch, aber ich glaube, das ist leider nicht ganz realistisch. Tja. Und wieder ein Traum geplatzt. Döw. Ja. So, hat jetzt gerade noch jemand eine Frage von dem Jürgen dazwischen gequetscht? Psch, die wollte ich als Rausschmeißer nehmen. Als Rausschmeißer? Dann nimm doch erstmal eine der anderen Fragen. Ja, ich gucke gerade die eine, die du nicht beantworten kannst. Ja, nee, warte mal, genau, die da drunter, die lass mal weg. Nee, ich gucke gerade in der großen Tabelle noch nach. Ach so. Ähm, wo habe ich denn die, habe ich die mit den, die mit den Guilty Pleasures, habe ich die mit den Guilty Pleasures irgendwo noch stehen? Genau. Habt ihr ein Guilty Pleasures Spiel? Also ein Spiel, das nicht euren üblichen Geschmack entspricht und trotzdem Spaß macht? Vielleicht sogar ein bisschen peinlich ist. Ähm. Guilty Pleasures Spiel. Seid ihr noch da? Ja. Ja, ich überlege, ich schaue gerade. Du schaust gerade. Ich mal gucken, wann jemand von euch Bibi und Tina sagt. Nee. Ich schaue auch gerade. Also ich muss ja zugeben, wenn mir ein Spiel gefällt, dann haue ich das auch raus. Und mir gefällt ein Orks, Orks, Orks. Oh ja, das kannst du auch behalten. Vielen Dank nochmal. Das mit dem Peinlich kann ich halt nicht sagen. Wir sind halt selten Sachen peinlich. Peinlich nicht, nee. Und dass es Spiele gibt, die meinen Geschmack treffen, obwohl sie eigentlich vom Typ her nicht dürften, gibt es ja auch ohne Ende. Memoir hast du doch noch gar nicht gespielt. Nee, aber ich meine, hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, hier Wargames, hätte ich wahrscheinlich gesagt, äff dich mal selber. Spielst du Churchill? Churchill ist grandios. Wobei, das ist ja kein Wargame. Also nee, ich glaube auch, haben wir nichts. Sorry. Sorry. Rino Hero, Super Battle, nee, ist auch ein gutes Spiel. Super geil, ist auch ein tolles Kinderspiel. wobei das Super Battle ist ja schon ein Familienspiel. Ja, bis auf diese Würfelei, aber das ist ein anderes Thema. Ist egal. Nee, kein Bibi und Tina hier. Hier hat noch jemand gefragt, wie wird man Spieletester? Was ist denn jetzt Spieletester? Also ist das jetzt einer, der in den Verlag geht oder einer, der irgendwie was im Internet schreibt? Also grundsätzlich, wenn jemand irgendwo auf einer Webseite zu einem veröffentlichten Spiel seine Meinung schreibt, ist da jemand, der seine Meinung schreibt und damit in indirekter Form ein Rezensent. Ein Tester heißt das doch, habe ich gehört. Nein, genau das heißt es eben nicht, weil testen tut man nur die Prototypen. Wenn die fertig getestet sind, werden sie veröffentlicht. Und wir sind jetzt nicht bei Stiftung Warentest, wo wir dann testen, wie dick die Karten sind und ob das Holzstückchen auch einen Fall aus 20 Metern aushält. Von da aus gesehen, man testet ja auch nicht einen Film und man testet ja auch nicht einen Roman. Deswegen testet man auch kein Spiel. Du schweißt ab. Ja, es gibt Leute, die schreiben Tests auf ihre Webseite, weil dann sie über die Google-Suche schneller gefunden werden. Sei es drum. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er fragt, wie wird man Tester von Prototypen? Und das ist ganz einfach. Da muss man nur irgendwo sein, wo Verlage sind oder Autoren, die ihre Spiele testen möchten und wo man seine Hand melden muss. Und das macht man ein, zwei Mal mit und dann entscheidet man sich, ob das Spaß gemacht hat und man weiter mitmachen will oder nicht. Kleiner Tipp, macht keinen Spaß meistens. Siehst du, der Arne hat das für sich schon festgestellt. Und dann gibt es andere, die können da nicht genug von kriegen und die testen in Oberhof eine Woche lang auch ganz viele Prototypen. Dann auch geht dafür. Ja, aber sie freuen sich total, wenn dann die Spiele das Jahr später rauskommen und sie sie dann noch nicht spielen, weil sie in den nächsten Prototypen sind. Ja, genau. René, wie siehst du das denn mit so Prototypen? Also das war es ja auch letztes Jahr auf Stalic zum Beispiel. Auf Burg, auf dem Moment, wie heißt die Veranstaltung? Abmode, Burg, Event. Stalic, Heidelberger. Ja, egal, wir wissen, was wir meinen. Manche Hörer nicht. Ich glaube, ich habe Probleme mit den Sachen, die in so einem ganz, ganz frühen Stadium sind. Aber wenn das schon so, glaube ich, so durch die ersten Phasen durch ist, sind das definitiv Sachen, die ich mir auch gerne mal zu ahnen gucke. Stalic hatten wir. In Herne hatte ich damals zum Beispiel auch hier ein Fest für Odin. Als Prototyp noch getestet, einmal angespielt. Und ja, der Matthias war ja auch einmal hier und hatte noch jemanden mitgebracht, der seinen Prototypen hier mal vorgefügt hat. Das kann schon Spaß machen. Je nachdem, wie gut der Prototyp ist. Genau, in diesem ganz frühen Stadium ist das, glaube ich, auch nichts für mich. Und ich bin halt auch nicht jetzt derjenige, der es so dann so konkret analysieren kann und sagen kann, hier, das und das, das war hier, das würde ich so und so ändern. Ich bin eher derjenige, der dann sagen kann, oh ja, hat mir Spaß gemacht oder hat mir keinen Spaß gemacht. Aber ich wäre nicht hilfreich für denjenigen, der ein konkretes Feedback haben möchte. Da wäre ich jetzt, glaube ich, nicht der Richtige für. Ich glaube, das hängt vom Spiel ab. Also ich habe Spiele manchmal, das ist mir völlig egal, was die Leute sagen, weil ich einfach nur sehen möchte und beobachten möchte, wie reagieren sie? Wie interagieren sie mit dem Spiel? Wo kommt vielleicht Frust auf? Merke ich, dass sich irgendjemand langweilt? Merke ich, dass jemand ins Grübeln gerät? Solche Sachen. Und das reicht mir dann auch schon manchmal. Dann ist es gar nicht so wichtig, was die Leute selber noch zu dem Spiel sagen. Ja, das stimmt auch wiederum. Also das muss ich ja sagen, das mit dem Feedback finde ich ja tatsächlich spannend. Das finde ich eigentlich so den spannendsten Aspekt irgendwie am Prototypen-Test. Aber irgendwie brauche ich so ein fertiges Spiel tatsächlich. Was heißt denn für dich fertig? Naja, so eine Schachtel, die man kaufen kann. Und es reicht nicht, wenn derjenige sich da hingesetzt hat und Karten ausgedruckt hat und die noch in so eingesleeft hat, sodass man jetzt gar nicht groß merkt, dass es jetzt ein selbst ausgedrucktes Spiel ist. Und dass halt die, dass es immer noch normale Miepel von Carcassonne sind, anstatt irgendwelche Raketen, die es normalerweise im Spiel wären. Das würde dich wirklich abschrecken? Ja, tatsächlich schon. Also da fehlt mir denn irgendwie diese Abstraktion oder diese Immersion, die mich dann immer total da wieder rausholt. Also ich finde dieses Auseinandernehmen tatsächlich schon wieder irgendwie spannend. Also wo könnte man was verändern oder wo, ich weiß gar nicht, was wir hatten. Matthias hatte, wir hatten mal irgendwie das Canggu gespielt, glaube ich, in Göttingen. Gott, ist auch schon eine Weile her. Ja, ist schon ein bisschen her. Aber da war dann halt diese Diskussion nach dem Spiel irgendwie spannender wie das Spiel. Also für mich, ich glaube, da hatte der Christwart, hat er da mitgespielt. Und ich glaube, der Ben, das war der Vierer. Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie so in dem, und dann wurde es sich halt lange, wurde lange über das Spiel dann halt so, hey, verändere doch mal das oder guck mal nach, ob du so und so und so. Das finde ich spannend. Aber das Spielen, das brauche ich dann irgendwie nicht. Natürlich muss man das gespielt haben, um eine Meinung zu haben, das ist klar. Aber... Sonst wird es auch schwierig. Ja, könnte man auch wegnehmen. Nee. Und wenn mir das Spiel dann gut gefallen hat, dann kann ich es nicht kaufen. Ist ja auch scheiße. Doch, wenn es dann irgendwann mal rauskommt. Ja, ist doch scheiße. Welches Spiel haben wir, welches Spiel haben. Das ist vielleicht auch mein Kickstarter-Problem. Ich bezahle nicht ein Spiel und dann kriege ich es erst in drei Jahren oder sowas. Nee. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also das ist für mich tatsächlich ein Problem, zum Beispiel bei diesen Kickstarter-Geschichten. Warum? Ja, weil... Du spielst es ja nicht vorher. Ich will aber, wenn ich was kaufe, will ich es haben, innerhalb von zwei, drei, vier Tagen. Also ich kenne das eher andersrum, dass ich dann tatsächlich irgendwann merke, oh, ah, das Kickstarter-Spiel ist da. Jetzt habe ich aber keine Zeit mehr, es zu spielen. Ja, das ist so ein... Keiner Psycholog. Ich habe zum Beispiel auch ein Problem, Konzertkarten zu kaufen, tatsächlich mittlerweile. Okay. Also Anja hat sich jetzt irgendwie, Anja und Chris haben sich jetzt irgendwie Konzertkarten gekauft für Schiller für 2019. Das haben sie auch schon vor einem halben Jahr gemacht, da fasse ich mir noch in den Kopf. Also nur mal aus dem Nähkästchen hier geplaudert. Nee. Ach, die Form von Nähkästchen, wo man Nee sagt. Genau, Nähkästchen. Ich verstehe. Ja, haben wir noch eine Frage? Ja, ich habe noch eine. Wir machen noch zwei Fragen. Könntet ihr euch vorstellen, auch mal einen Spieletag zu veranstalten, wie es kürzlich Hunter und Kron für ihre Patreons gemacht haben? So ein bisschen geistert die Idee schon bei uns rum, oder, Matthias? Ja. Also wir haben da nichts spruchreif, keine Ahnung. Also das ist, vielleicht könnte man das halt auch irgendwie, ich will da jetzt nichts sagen. Also wir haben das im Hinterkopf, sage ich mal. Ja, ist halt bei uns schwierig aufgrund der räumlichen Trennung. Genau. Und wie man das wo macht und ob man da fehlt, das dann in eine andere Version packt. Also, aber was ich sagen kann, ist, dass ich zusammen mit dem Felix, unserem Hörer hier aus Langenfeld, dass wir da schon mal den Gedanken hatten, hier einen mit der Bücherei, mit der örtlichen, so einen Spiele-Nachmittag mal zu organisieren. Und die Bücherei ist da auch für aufgeschlossen. Also zumindest lokal werden wir da mal irgendwann was machen. Ja, da habe ich ja die Göttinger Gruppe, also für mich die Göttinger Gruppe, die organisieren das ja für sich, aber da bin ich halt jetzt auch immer regelmäßig. Und die haben da jetzt wirklich einmal pro Woche was am Laufen, was auch gut angenommen wird. Also wer in Göttingen in der Nähe ist und mich spielen sehen will oder auch mit mir spielen will, Mombasa weiß ich noch nicht, ob das unbedingt ... Ja. Ja, und ansonsten natürlich, klar, wie ich schon vorher in der Sendung erwähnt, einfach mal melden. Genau, meldet euch einfach. Gut, dann haben wir jetzt noch die Frage, könnt ihr nicht knackig kurz oder wollt ihr nicht? Doch, wir können ganz knackig kurz, oder? Könnt jetzt einfach aufhören. Wollen wir aber nicht. Ansonsten, wie ich immer so schön sage, ich bin halt verbal inkontinent, ich muss halt noch mal Wein-Senf dazugeben. Außerdem, wer hat denn so eine Frage überhaupt gestellt? Weiß ich auch nicht. Spielbar.com. Nie gehört. Krieg ich auch nicht. Scheint nicht tolles zu sein. Scheint nicht wichtig zu sein. Aber ich würde jetzt aufhören. 90 Minuten reichen, ne? Ja. Ja, dann machen wir mal die Schleife drum. Und bedanken uns wieder fürs Zuhören. Nächste Woche haben wir wieder eine kleine Sendung. Wissen wir da schon, was wir machen wollen? Mit irgendwas. Auf dem Tisch, vermutlich. Wahrscheinlich auf dem Tisch. Genau. Und in zwei Wochen hatten wir schon eben angedeutet, wird wahrscheinlich das Nominiertenraten losgehen. Ich könnte mal gucken. Ja, 29.04. Müsste eigentlich. Ich glaube, also der Punkt ist, die Nominierten werden im Mitte Mai. Und wir wollen natürlich nicht unsere Sendung dazu irgendwie einen Tag vorher online machen. Nein, nein. Das wird nächstes in zwei Wochen passieren. Genau. Also dann wissen wir in zwei Wochen, was wir zu tun haben. Werfen wir mal einen Blick in die große Glaskugel. Ja. Ansonsten dürft ihr uns gerne wieder Feedback geben. Mehr Fragen dürft ihr uns natürlich auch zuschicken. Gerne per E-Mail an info at brittawisser.de Und wie wir nicht aufhören, zu betonen, Audiokommentare werden bevorzugt behandelt. Sobald eine Frage per Audio bei uns eintrudelt, wird sie definitiv in die nächste Sendung mit drauf. Ja, definitiv nicht. Der Inhalt sollte schon passen. Wir haben ja immer gesagt, so eine Audiofrage, die wird reingehen. Die kriegen die Priority-Lane, haben wir gesagt. Ja, aber wenn jetzt jemand fragt, wie steht ihr zu dem, weiß ich nicht, dem Hinterteil von Kim Kardashian oder sowas. Ah, Adrian! Okay. Also es sollten Fragen sein, die auch Themenrelevanz haben für uns. Die Frage ist, ob wir die tatsächlich auch beantworten würden. Ja, also jetzt noch mal kurz zu meinem Kommentar gerade eben. Wir hatten in, 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 hier in Portugal hatten wir den Adrian da von Mile High Podcast aus den USA. Der war da noch vor Ort aus Denver. Und der war abends, war der der Partygänger. Und der hat sich halt vor Ort den, den Spitznamen Ambassador of Gaming und The Kardashian of Board Games verdient. Gut. Ähm, wie gesagt, Feedback gerne per E-Mail, aber auch über die sozialen Netzwerke, Twitter, Instagram, Facebook. Könnt ihr uns gerne schreiben, liken, retweeten, whatever. Aber auch bei iTunes dürft ihr uns gerne bewerten. Gerne mal den einen oder anderen Stern oder noch besser direkt mit, mit Kommentar hinterlassen. Das hilft uns auch bei der Verbreitung des Ganzen. Wer uns, äh, auch finanziell unterstützen möchte, kann das gerne über Patreon machen. Oder aber die, auch da die Fastlane nehmen und, äh, den Arne kontaktieren und dann das Geld per Überweisung zum Beispiel uns zukommen zu lassen. Ähm, was wir momentan als den bevorzugten Weg, aber alles andere, wie gesagt, ist auch Unterstützung und nehmen wir auch alles gerne entgegen. Dann sagen wir jetzt tschö bis in einer Woche. Tschö mit Ö. Mit Ö. Winke, winke. Wir haben noch einen Rückblick, ne? Ja. Okay. Aber wie immer am Schluss. Tschö. Tschö. Kommen wir halt nicht. Ich habe ja echt zu tun im Moment, mit dem ganzen Grimm-Bimps hier. So, jetzt muss ich mal kurz. Willkommen im Rückblick. Guten Tag. Morgen. Mit dem weinerlichen Arne. Ja, ich muss hier erstmal kurz das Soundboard umbauen. So, Rückblick auf unsere Folge 13. Wir hatten einen Gast. Wer war's denn? Und heute haben wir, weil das immer so beliebt ist, wieder einen Gast an Bord. und zwar ist das der Clemens Franz. Hallo, Clemens. Hallo. Wenn du magst, darfst du dich gerne kurz selber vorstellen, wer du bist, was du machst. Ja, Clemens Franz ist der Name, weil es immer wieder kommt. Clemens ist der Vorname, Franz ist der Familienname. Grundsätzlich höre ich auf beides. Was bin ich? Ich bin 35 Jahre alt und bin seit 2007 als Illustrator, Grafiker für Brettspiele tätig. Hauptsächlich für, oder schwerpunktmäßig für Lookout-Spiele, aber parallel dazu auch für viele verschiedene andere Verlage. Der Clemens war zu Gast. Fun Fact dazu, das war damals sein Geburtstag, als wir die Sendung aufgenommen haben. Echt? Ja. Super, sagst du es jetzt. Naja, ihr habt ja noch ein paar Tage, er hat ja erst wieder, wann war das? Ich glaube, am 17. April hat er Geburtstag. Das hast du aber damals nicht gesagt. Doch, 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 doch. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Wahrscheinlich nicht in der Sendung, sondern in der Vorbesprechung oder so. Ja. Vorbesprechung? Hm? Was? Vorbesprechung? Was für eine Vorbesprechung? Weil sowas. Die musst du geführt haben, alleine oder uns. Ja, aber der Clemens hat gesagt, er ist nicht so der Party-Draufgänger, der irgendwie großartig feiert, was wir ihm natürlich völlig lassen. Das ist seine freie Sache. Aber ich bin ja auch da nachvollziehend, aber er hat sich die Zeit für uns genommen und das war total cool. Genau. Und aber wie immer hatten wir mit drei Spielen, naja, wie immer ist es ja auch nicht mehr, drei Spiele angefangen. Ich hatte eins. Es ist schon ganz witzig und macht uns viel Spaß, gerade wenn es in die höheren Runden geht. Am Anfang ist es relativ übersichtlich. Wie gesagt, man kriegt halt eine Karte, man kriegt dann zwei Karten in der zweiten Runde. Da kann man so einen sehr leichten Einstieg in das Spiel finden. Und uns hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wer Wizard kennt und mag, der sollte vielleicht Sky King sich unbedingt mal anschauen. also... Und wer Wizard nicht magt, der mag auch Sky King nicht. Ja, ich glaube nicht. Also, also man muss schon Stichspiele mögen, sage ich mal. Und es ist auch ein bisschen chaotisch. Und je mehr, also man kann es glaube ich bis zu sechs Leuten spielen und dann ist es wirklich ziemlich schwierig, da die Stiche auch anzusagen. Also, das wird ein bisschen chaotischer, sage ich mal. Sky King immer noch gut, ne? Immer noch. Ich glaube ich auch noch. Was? Was? Alles gut. René, nicht so, ne? Ja, Stichspiele halt, ne? René, du warst auf den Ratinger Spiele-Tagen. Du hast ein Spiel gespielt. Ich habe den gespielt damals. Sehr gut, Bub 8. Aber doch, ich glaube, ich weiß, was es war. War es Madeira? Ja, jetzt, wenn ich einmal da war, gab es halt auch zum Glück einen Stand von What's Your Game, wo man dann mal Madeira ausprobieren konnte, was ich auf der Messe nicht geschafft habe. Und da kann ich mal kurz meinen ersten Eindruck zu sagen und ich muss sagen, uff, ist das anstrengend. Also im Vergleich zu Mombasa ist Madeira überhaupt nicht anstrengend, wenn man mich fragt. Mach mir Hoffnung. Ne, also ich meine, ich bin natürlich der Falsche, das einzuschätzen, weil Madeira habe ich natürlich nicht gelungen. René sagt irgendwas von wegen, am Ende der zweiten Runde hat er schon wieder vergessen, was in der ersten Runde was man machen musste. Ich habe neulich, war ich in Bremen beim Christoph von Toria Pater und wir haben Madeira gespielt und das spielte sich fluffig in zwei Stunden runter. also deswegen kann ich das jetzt nicht nachvollziehen, aber hey, das bin auch ich. Ja, du hast es ja auch wahrscheinlich in einer vierstelligen Anzeige gespielt. Ne, so viel nicht. Aber das ist auf jeden Fall, ich finde es immer positiv, wenn ich ein Spiel spiele und danach, nachdem es dann eigentlich raus ist, immer noch Bock habe, es zu spielen. Aber da René auch gerade in einer guten Stimmung war, hat er nämlich noch ein Spiel gespielt. Das letzte ist jetzt ganz kurz noch Camel Up, was wir da spielen konnten. Was jetzt von vielen ja eigentlich doch recht häufig genannt wird und positiv benannt wird, aber hat uns auch nicht gefallen. Ist halt ein Spiel, wo man... Da habe ich wohl ein bisschen viel abgeschnitten. Ja. René, Camel Up hat dir auch nicht gefallen. Was war da los? Es wurde uns falsch erklärt. Ach so. Ach was. Wir haben es einfach falsch gespielt, hat sich ja im Endeffekt rausgestellt. Wie kann man denn Camel Up nicht mögen? Ja, wenn es einem falsch erklärt wird. Aber wie kann man es denn falsch erklären? Die, die es erklärt hatte, keine Ahnung. Wie war der? Weißt du das noch? Kriegst du das noch zusammen? weiß ich nicht mehr. Hast du denn aber Camel Up jetzt mittlerweile mal gespielt? Heißt du es eigentlich Camel Up oder Camel Cup? Camel Up. Soll in den USA eine zweite Version? Nee, egal. Ich habe es hier im Regalstil und wir spielen jetzt auch öfters. Ja, wir haben ein gutes Spiel. Ja. Deswegen war ich so verwirrt, als ich das heute Nachmittag gehört habe. Ich kann dazu nur sagen, das ist halt, also das ist immer das große Problem, mit dem Verlage kämpfen müssen. Da die fähigen Redakteure auf einer Messe viel zu tun haben und sie deswegen irgendwelche Demonstratoren einstellen müssen, die da den ganzen Tag sitzen und das Spiel erklären. Und da haben sie halt keine Kontrolle darüber, dass sie das immer richtig erklären. Und das ist bei einem Camel Up Spiel in der Theorie natürlich leichter als bei einem Madeira. Aber nichtsdestotrotz kann da auch irgendwelche Fehler passieren. Und manchmal ist es auch so, dann hast du wirklich die dümmsten anzunehmenden Spieler, die an den Tisch kommen und denen du sagst, du würfelst diesen Würfel und die sagen, hä? Was ich jetzt nicht damit auf dich bezog, René. Also ich denke, bei einem Würfel würfeln würdest du nicht hä sagen. Aber von da aus gesehen, da kann man keine perfekte Demonstration hinkriegen. Und das ist ja auch so, dass wenn das Spiel dann draußen im Handel ist und die Leute das einfach so kaufen und sich Anleitungen lesen, dann verstehen sie es ja auch nicht immer alles richtig. Also die erste Partie Luxor, um jetzt nochmal zu dem Spiel am Anfang zu kommen, hatten wir tatsächlich einen kleinen Fehler gemacht, auf den ich dann bei der zweiten Partie hingewiesen wurde und wodurch das Spiel dann deutlich besser wurde. Ihr habt die Karten verkehrt rum hingelegt. Ja, sie lagen jetzt direkt. Rum steht unter Anleitung. Ja, genau. Und dann sehe ich jemanden, wie der ein Bild auf Twitter postet. Hallo, Krimi-Master. Tag, Stefan. Der dann auch, wo das wirklich nur klein unter der Necke war, ich so, das liegt falsch rum, den Fehler habe ich auch gemacht. Und dann kommt schon der Nico und stellt fest, oh, er hat es auch falsch gemacht. Also das sind manchmal so Kleinigkeiten, was ist einfach, weil du kannst das nie perfekt hinkriegen und das menschliche Gehirn ist manchmal mit zu vielen Informationen vollgesaugt, dass es nicht irgendwas überlesen könnte. So, Matthias, kommen wir mal wieder zu dir. Für dich ist mir heute wieder Quizspielzeit angesagt. Ach, so Scheißler. Welches Spiel hast du denn wohl vorgestellt? Mal gucken, ob wir es aus deinem Fazit rauskriegen. Aus meinem Fazit? Also, bei uns kommt es wieder dauernd auf den Tisch. Wir finden es total toll. Ich kann jeden verstehen, der es nicht mag. Oh ja, danke. Und ich kann auch jeden verstehen, warum er es nicht mag, weil die Spielzeit ist wirklich das größte Manko und die Unbalanziertheit ist das zweitgrößte. Das größte Plus an dem Spiel und das ist jetzt etwas, was eigentlich ein totales, unbrauchbares Argument ist. Neben der großen Variabilität ist definitiv die wunderschöne Grafik. Okay, ja. Also, das Spielmaterial ist super. Definitiv. So, Matthias, was ist es denn wohl? Ich weiß, dass der Clemens Burgenland vorgestellt hat. Oh, das stimmt. Ja, daran erinnere ich mich noch. Naja, ein Spiel, was ich nicht so mag. Ja, ganz ehrlich, das sind zu viele. Was ist mit schönen Materialien? Toller Grafik. Das könnte jetzt ein französisches Spiel sein. Warm. Warm, warm. Mit Würfeln? Heiß. Heiß? Oh, mit Karten? Ganz heiß. Seasons. Verdammt. Genau. Seasons. Ja, echt? War Seasons? War Seasons, ja. René hat nachgeguckt wahrscheinlich. Ach, Seasons ist cool. Nein, Seasons ist nicht cool. Französischer Verlag, Karten, Würfel, da fällt mir als erstes Seasons ein. Weil ich nämlich weiß, dass du es nicht magst. Ja, richtig. Das war jetzt auch der Hinweis. Aber Seasons ist gut. Ja, sie auch. Ja, der Clemens hatte Burgenland vorgestellt. Was? So, weil ich jetzt übergeleitet habe. Einfach mal ignorieren. Nee, ich mag es einfach nicht. Also die Würfel sind super, aber das trägt das Spiel nun auch wieder nicht. Genau. Clemens hatte Burgenland vorgestellt. Ach, da habe ich jetzt einen Schnipsel, der ist ein bisschen lang. Burgenland von Ravensburger, von Inga und Markus Brandt tatsächlich. Aber kennt jemand das Spiel noch? Ich habe es nicht mehr. Du hast es da noch rumliegen, aber... Bei mir ist es an den Farben einmal wieder gescheitert. Ah, ja. Also bei uns ist es daran gescheitert, dass wir, glaube ich, nicht Zielgruppe sind. Dass es dann doch zu Familien spielen. Ja, es war jetzt nichts. Wir hatten es in der Sendung mit Zug um Zug so ein bisschen auch verglichen. und... Da ist es ein Verhältnis. Dann kannst du auch zum großen Zug um Zug greifen, wenn du sowas ähnliches haben willst. Okay, das sind natürlich keine Burgen bei Zug um Zug, ne? Ich wollte gerade sagen, was Züge nicht mehr sehen kann. Was ist eigentlich mit Zug um Zug Legacy? Hm. 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 Das ist auch eine große Karte. Da kannst du richtig wahrscheinlich kramen. Solange nicht sowas wie Zug um Zug Weltreise rauskommt, Kein Problem. Das hast du jetzt gesagt. Ne. Ja. Also, jetzt biegen wir mal zum Clemens noch mal kurz ab. Denn... Aber da kommen wir direkt zur ersten Frage. Wie kommt man dazu, Spiele zu illustrieren? Durch Zufall bei mir und wie ich so erfahren habe, auch bei vielen anderen Illustratoren, die in dem Bereich tätig sind. Bei mir war es jetzt so, dass ich eigentlich eher... Also, ich habe zuerst, bevor ich Spiele illustriert habe, habe ich Spiele mehr selbst ausgedacht und habe meine eigenen Grotto-Typen dann illustriert, was ganz gut funktioniert hat oder was ganz hübsch war, weil dahingehend, ich habe zwar keine Grafika-Ausbildung, aber ich habe eine künstlerische Ausbildung und die waren immer ganz hübsch, sind von den Verlagen dann meistens auch genommen worden, mit der Rückmeldung dann, dass die Spiele eigentlich noch nicht ganz fertig sind, aber hübsch ausschauen. Clemens hat ein bisschen Autoren-Dingsbums gemacht, worauf wir später nochmal gleich kommen. Matthias, weißt du eigentlich, was er für eine Ausbildung hat? Ich erinnere mich, dass er es gesagt hatte. Ich kann es jetzt gerade nicht herbeten. Entschuldigung, Clemens. René, hast du eine Ahnung? Nein. Du musst das Mikro aufmachen. Nein, ich habe keine Ahnung. Du sollst einen Bild-Button. Dann sage ich es euch mal. Wie gesagt, ich habe eigentlich jetzt nicht die Ausbildung zum Grafiker, habe aber immer so nebenher ein bisschen gearbeitet. Eigentlich habe ich Ausbildung zum Bildhauer. Ich habe dann so eine Kunstschule eigentlich Bildhauerei gemacht. Bildhauer? Der könnte quasi große Miniaturen basteln. Oh ja. Bitte einmal sämtliche Miniaturen für ein... Bloodmatch? Ja, Bloodmatch hat zu wenige. Ich dachte jetzt an irgendein Zombieside mit sämtlichen Erweiterungen oder so. Ja, aber Zombieside sind ja alles dieselben, aber so ein Conan... Oder einfach ein Gloomhaven aufpeppen. Gloomhaven hat auch nicht viele Miniaturen. Ja, da muss man welche machen dafür. Wenn man ein Bildhauer ist, kann man doch sowas. Naja, aber Clemens konnte auch noch was anderes. Preis auch bekommen habe und daraufhin von Hanno Gierke angesprochen wurde, ob ich mir vorstellen könnte, ein Spiel zu illustrieren. Er hätte da was von Uwe Rosenberg, was sie gerne machen würden, wo sie aber noch nicht sicher sind, ob das Ganze finanzierbar ist. Der berühmte Agricola-Auftrag, ne? Ja, der berühmte Agricola-Auftrag. Und seitdem hat der Clemens gut den Tisch voll mit Arbeit. Genau, aber wir hatten dann auch scherzhaft drüber gesprochen, dass das eigentlich sein Höhepunkt schon mal war. Der erste Auftrag war der Höhepunkt. Aber wie war das mit der Agricola Big Box? Nee, wie heißt die Version, die immer noch so ein bisschen rumgeistert? Ja, wobei, sie ist noch nicht weg. Sie ist einfach nur dadurch, dass der Clemens halt zum Beispiel zwischendurch noch die Le Havre-Neuauflage machen musste und jetzt die Ora et Labora-Neuauflage. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das einfach noch in the works. Und wenn du bedenkst, dass du da tausend neue Karten irgendwie bemalen musst oder so, inklusive der Moorbauernerweiterung und allem drum und dran, also sie hätte zu dem Zehnjährigen kommen sollen, sie kommt vielleicht zum Elf oder vielleicht zum Zwölf oder vielleicht auch zum 15-Jährigen. Aber sie ist nicht vom Tisch, sie hat sich nur verschoben. Gerade jetzt auch im Hinblick darauf, dass Lookout ja mal wieder den Eigentümer gewechselt hat, wird das eine mit dem anderen auch da zusammenhängen. Wir hatten auch drüber gesprochen, das hatte ich jetzt vergessen rauszuschnippeln, dass er irgendwie für viele Verlage gearbeitet hat, aber nie für Ravensburger. Weißt du, ob sich da irgendwas geändert hat? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Das war spannend, weil er ein Spiel von Ravensburger vorgestellt hat. Ja. Also ich meine, er hat inzwischen so ein paar Verlage, die machen ja fast gefühlt exklusiv nur noch mit ihm. Also Lookout natürlich, wobei Lookout jetzt auch ein, zwei Spiele hatte, die nicht von ihm illustriert sind. Also sowas wie das Kampf der Titanen, sowas wie das Nussfjord und so, die sind ja nicht von ihm illustriert worden. Ich meine, Grafikarbeit hat er da natürlich trotzdem dran gehabt. Er hat mehr oder weniger seit Sibiria alles von DLP-Games illustriert. Er macht seit ein paar Jahren für Cranio in Italien die Illustrationen. Das Lorenzo ist wunderschön. Das neue Newton, finde ich, sieht auch grandios aus. Also der kann schon noch einiges. Und ja, also von da aus gesehen, der ist schon deutlich umtriebiger, als man vielleicht auf Anhieb vermuten mag. Und er macht halt ganz, ganz viele Sachen auch, macht er die Grafikarbeit, der ja auch erklärt hat, wo da der Unterschied ist zwischen Illustration und Grafik, ohne dass man das jetzt weiß oder sieht. René, sperr mal deine Ohren auf. Warst du schon immer so ein Spieler? Ja, also gespielt habe ich immer. Nur unterschiedliche Dinge. Also als kleiner Bub, das, was die kleinen Buben in Österreich zu spielen hatten, wir hatten ja nichts. Wir hatten unser DKT, also Monopoly für Österreich. Wir hatten Mensch, er red ich nicht. Und das war es dann eigentlich auch schon. Ich habe dann als etwas jüngerer, habe ich meine Mutter immer gezwungen, mit mir Hero Quest zu spielen. Ah, cool! Wofür ich ihr sehr dankbar bin. Und dann bin ich eigentlich von Beidspielen weggekommen und eher von der Videospiel- und Computerspiel-Schiene gekommen. Bin halt relativ lang drinnen gesteckt. Und bei mir war es dann Siedler von Katan. Wie bei vielen anderen auch, die mich dann irgendwie zurückgebracht haben, ist sicher auch das Spiel, das ich am öftesten gespielt habe. Das Hero Quest gehört, oder? Ja. Gut. Ich weiß auch, dass er es inzwischen mit seinen Kindern gespielt hat und festgestellt hat, dass es immer noch gut ist. Und Siedler ist wieder aufgetaucht. Es will aber auch nicht verschwinden, oder? Nee, nicht so richtig. Ist doch schön. Ja, wir sind dann auch noch auf Carrera zu sprechen gekommen. Und jetzt wird es so ein bisschen, also über diese Carrera-Tabletop-Games, da haben wir, glaube ich, ja in einem der letzten Rückblicke, ich könnte jetzt ja noch mal einen Rückblick auf den Rückblick machen. Nein, da hatten wir ja auch über, ich glaube, er hatte mal ein Carrera-Spiel vorgestellt und über Stadlbauer und ja. Aber wenn wir jetzt schon von Erweitern reden, also es sind aber noch mehr Spiele geplant, hoffentlich, oder? Ja, also es wird in Essen wieder eines vorgestellt werden, aller Voraussicht nach. Mit dem haben wir jetzt zwar nichts zu tun, das wurde von einem Autor an Stadlbauer herangetragen, aber auch für 2015 soll das schon weitergeführt werden. Man muss natürlich sehr aufpassen, einmal wie funktioniert es, wie nimmt es der Markt an und wie schnell ist der Markt übersättigt mit Rennspielen. Und wie viele sind noch gekommen? Ja, aber das war natürlich so, dass der Stadlbauer natürlich mit seiner Carrera ein bisschen auch andere Erwartungen hatte, so wie Lego ja in den Brettspielmarkt reingeflossen ist und andere Erwartungen hatte und dann irgendwann wieder raus ist. Und da der Stadlbauer selber inzwischen leider von uns gegangen ist, um das mal so zu formulieren, dann gab es einen neuen Chef und dann ist das Projekt leider in dem Sinne eingeschlafen. Ja, schade. Ich würde mal wissen, was mit den Spielen passiert ist. Das würde ich auch gerne wissen. Also weil da ist tatsächlich, ich glaube, da wäre auch noch einiges Cooles möglich gewesen. Und man hätte auch noch so eine Simulation, irgendwie so eine, ja, ich meine, Kraftwagen hat ja auch noch so einen Rennaspekt drin. Kraftwagen ist so grandios. Ich habe es noch nicht gespielt. Aber da gibt es auch so einen Rennaspekt, oder nicht? Ja. Ich weiß jetzt nicht, welche große Rolle der spielt, aber wir müssen mal Kraftwagen mal spielen. Aber der Clemens hat da auch noch was zum Thema Podcast gesagt. Fragen an euch? Im Grunde momentan eigentlich keine. Mehr die Anregung weitermachen. Also ich bin auch ein teuer Hörer des Podcasts und ich habe auch kein Problem damit, wenn länger als eine Stunde gelabert wird, solange das Ganze unterhaltsam bleibt. Und bis jetzt macht ihr das eigentlich ganz gut. Also ich habe so ein bisschen Diskussionen in diversen Foren mitverfolgt. Ich bin auch in verschiedenen Foren, zumindest als Leser unterwegs. Und es gibt einfach sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und Erwartungshaltungen, was Podcasts betrifft. Für mich ist ein Podcast, aber ich höre jetzt einfach Leuten, die ganz tief in der Materie drinnen sind, zu und die haben den Spaß dabei und ihr habt dabei auch ein bisschen Spaß. Und es darf durchaus auch den Rahmen sprengen. Hast du gehört, Jürgen? Jürgen war doch der, der den maximal fünf Minuten machen wollte und dann irgendwo bei zwölf bis zwanzig gelandet ist, oder? Genau. Genau. Ja, also... Ich hatte wohl nicht kurz und knackig. Genau, kurz und knackig ist es schwierig. Ansonsten, ich hoffe, dass der Clemens immer noch mit Begeisterung zuhört und immer sich noch gut unterhalten fühlt. Und ansonsten weiß ich ja, dass natürlich vor vier Jahren waren wir noch einer von wenigen in der Podcast-Landschaft, deutschsprachige Brettspiel-Podcasts. Ich glaube, da neben uns gab es nur die Kieler. Inzwischen ist die Zahl doch exorbitant nach oben gegangen. Und mich hat neulich einer angeschrieben, der startet jetzt in den nächsten Wochen auch ein neues Podcast-Projekt. Ich bin mal neugierig, was da rauskommt. Und ich verfolge das alles. Wir wollten, glaube ich, mal eine Liste aller deutschsprachigen Podcasts, sofern wir sie irgendwie erwischt bekommen, bei uns auf die Webseite packen. Das ist aber natürlich wieder Arbeit, für die jemand Zeit haben müsste. Das ist immer das Problem. Aber ansonsten, wir freuen uns über jeden, der gehört wird. Und wir freuen uns über jeden, der das auch noch bereichert. René hat auch noch was getroffen. Aber diese Längendiskussion ist ein sehr beliebtes Thema. Und da muss ich noch sagen, auf den Ratinger Spieletagen habe ich einen echten Hörer kennengelernt. Einen echten Hörer, sowas haben wir. Also nicht nur einen von den Virtuellen. Keinen Virtuellen. Und er sagte erst, er hat mich an der Stimme erkannt. Und das Zweite, oder dann sagt er, oh, der Podcast gefällt ihm gut und die Länge ist auch okay. Also das Zweite war dann sofort die Länge. Also es scheint unter Dauer. Wir sollten das Thema einfach begraben. Ich finde, wir sollten einen extra Podcast machen, wir uns für eine Stunde darüber auslassen, wie lange eigentlich ein Podcast sein sollte. Hallo? Ich höre dich. Raus scheinbar. Hallo, nein. Nein, ja, jetzt höre ich wieder was. Jetzt höre ich wieder was. Ah, weiß ich nicht. Ich muss noch mehr schneiden jetzt. Schon wieder irgendwie zwischendurch. Nö, das erste schneide ich nicht von dir. Das haben wir so gut gemacht. Möchtest du noch mal was hören? Habt ihr das nicht mehr gehört, den echten Hörer? Doch, den habt ihr noch. Doch, doch, den haben wir noch gehört. Komplett? Irgendwo bei mir, als ich dann anfing zu reden, wurde es abgeschnitten. Genau. Ach so, ja. Genau, wir hatten echten Hörer getroffen und es ging um eine Längendiskussion. Ja. Aber an der Beteiligung ist jetzt ja gar nicht mehr, nach 113 Folgen. Deswegen haben wir jetzt ja auch nur noch, stellen wir nur noch ein Spiel vor. Ja, nur damit wir mehr Zeit für das andere haben. Genau. Aber wir kratzen jetzt an den zwei Stunden, deswegen denke ich mal, also das war jetzt die Folge 13 mit dem Clemens. Bevor das Internet voll ist, ja. Bitte was? Bevor das Internet voll ist, ja. Ja, bevor die Festplatte voll ist. Das auch noch. 13 Gigabyte noch. Ja, dann tschö. Ja, 1,5 Terabyte noch, ja. Ja, okay. Der feine Herr Redakteur hat natürlich 1,5 Terabyte vor ihm. Tschüss. 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 Macht die Musik weg. Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de Huch. Jetzt rollen sie einem die Fußnägel nach oben. Nee, ganz ehrlich, das gibt Schlimmeres zum... Ja, das ist gut. Funky. Arne hat Spaß. Arne hat Spaß. Arne hat Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020